Servus, liebe Leid. Bevor es mit der jetzigen Folge der Comic-Cookies losgeht, würde ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Sabrina Schmatz. Andere kennen mich bestimmt durch den Namen Iruka oder Sabu. Und ich bin Zeichnerin, schrägstrich Autorin des Comics, schrägstrich Mangas München 1945, welcher von 2016 bis letztes Jahr beim Schwarzen Turm erschien. In der Story geht es um München nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise es geht um eine kleine Liebesgeschichte, Beziehung zwischen einem amerikanischen Soldaten und einer deutschen Krankenschwester. Neben der Love Story war es mir auch wichtig, geschichtliche Hintergründe mit einzubauen, so dass sich eine breite Lehrerschaft angesprochen fühlt. Ich hoffe, das habe ich geschafft. Auf jeden Fall sage ich an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die diesen Comic-Manga unterstützt haben und immer noch unterstützen. Im Oktober dieses Jahr kommt beim Carlsen dann die Gesamtausgabe heraus in zwei Bände. Und der erste Band erscheint voraussichtlich jetzt im Oktober 2021. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn alte und neue Leser mich hier unterstützen würden und sich über diese Gesamtausgabe genauso sehr freuen wie ich. Ja, dann war es das auch schon von meiner Seite aus. Ich sage vielen herzlichen Dank und auf geht's beim Schichtel weiter zu den Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Willkommen zu einer neuen Folge der Comic-Cookies, Folge 104. Mein Name ist Andi. Wir sind heute wieder in Vollbesetzung angetreten. Das heißt, der Breedstorm ist wieder mit dabei. Herzlich willkommen zurück, Breedstorm. Servus, Le. Wer weiß, wo er das mitgebracht hat. Vielleicht war er irgendwo im Urlaub, wo er jetzt irgendwie den Dialekt verändert hat. Vielleicht wird er uns davon berichten, vielleicht auch nicht. Wie immer mit dabei, der andere Andi. Servus, Andi. Moinsen. Und natürlich auch wieder mit am Start der Patrick. Hey, Patrick. Hi. So, letzten Monat, ja, waren wir ja hier in dieser Runde ohne den Breedstorm und hatten die liebe Nina zu Gast. Das war eine ganz wunderbare Runde. Nochmal herzlichen Dank da an Nina. Aber jetzt sind wir wieder in Normalbesetzung, wie meistens. Jeder hat zwei Comics mitgebracht, die wir heute besprechen werden, beziehungsweise die jeder von uns jeweils vorstellen wird. Wir haben aber auch noch ein paar andere Themen vorneweg, die angesprochen werden wollten. Das war vielleicht ein grammatikalisch richtiger Satz, vielleicht auch nicht. Ist mir egal. Andi, was wolltest du nochmal ansprechen heute? Was wollte ich ansprechen? Also wir haben, glaube ich, drei Themen. Zum einen haben wir ja schon in der letzten Ausgabe besprochen, dass das War-Anthologie-Comic-Magazin vom Plem-Plem-Verlag eingestellt wird. Und wie sich in meiner Recherche für diese Ausgabe herausgestellt hat, ist auch das Shazam-Anthologie-Magazin. Das wurde einmal im Jahr ungefähr erschienen. Da wird es demnächst auch die letzte Ausgabe geben. Da habe ich erfahren, dass jetzt zu Erlang die Nummer 13 erscheinen wird. Und auch das ist die letzte Ausgabe davon. Das ist ganz schön schade, weil dann gibt es nämlich nicht mehr so wahnsinnig viele Comic-Anthologien auf dem deutschen Markt. Es gibt dann auch Pure Fruits, glaube ich. Und Cosmic ist mir noch eingefallen. Aber sowas wie Mondo gibt es schon nicht mehr. Ich habe heute Kontakt mit der Person aufgenommen, die das Schick-Magazin betreut oder betreut hat. Da kommen wohl auch regelmäßig neue Ausgaben. Das ist auch so ein bisschen im A4-Format nochmal eine Comic-Anthologie. Und dann wird es schon irgendwie dünn. Und das ist schade, weil das bedeutet nämlich so viel wie, dass es nichts in dem Bereich mehr gibt, großartig. Und das ist schade, weil ich persönlich Comic-Anthologien eigentlich ganz gern mag. Klar kann man sich, keine Ahnung, online noch mit Webtoons und, keine Ahnung, kurzen Comics von sonst woher auch entsprechend noch mit Indie-Kram zum Beispiel auch versorgen und so. Aber so schön und klein und nett und kaufbar und schön irgendwie zusammengestellt, da gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel. Das finde ich schade. Patrick, kennst du noch irgendwelche Anthologien? Ja, ich kenne noch Heldrowin. Da sind auch ein Teil der Comic-Cookies-Bekannten. Also Marek, der Leger-Legende ist dabei, der Gordon ist dabei. Also da versammeln sie halt auch jährlich immer unterschiedlichste Künstler, die einerseits zu einer Story dann beitragen. Und dadurch hat das dann einen sehr, sehr lustigen Stil, wo sich dann jeder kreativ austoben kann. Aber das ist halt auch online. Genau, Heldrowin, das ist natürlich auch noch bemerkenswert und erwähnenswert, gerade weil da auch so viele unterschiedliche Leute jedes Mal mit dabei sind. Das ist auch ein Riesenaufwand, den der Timo jedes Mal betreibt zum Erstellen dieser Anthologie. Ja, auf jeden Fall werde ich das vermissen. Ich finde es schade und hoffe, dass da demnächst irgendwann irgendwie irgendwo nochmal was kommt, vielleicht auch was Neues. Meinetwegen auch aus dem Manga-Bereich. Ich weiß nicht, ob jetzt so wahnsinnig viele Kurzgeschichten, beziehungsweise einfach ja, ja doch, Kurzcomics im Manga-Bereich erscheinen. Das wäre mir jetzt neu. Aber so ein bisschen fehlt mir das jetzt schon. Und zum Glück habe ich noch einiges von den Reihen hier ungelesen rumstehen. Und werde dir heute auch Ausgabe 12 von Shazam vorstellen. Aber schade ist es trotzdem und bleibt es halt, ne? Das willst du machen. Es ist wirklich schade, um War und Shazam. Äh, Shazam, muss man leider sagen. Hm, genau. Das zweite Thema für heute, das ist eigentlich was, das wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen, weil ich halt, so viel Disclaimer seit der Stelle mal erwähnt, wer uns bei Telegram, Signal oder mir auch auf den Social-Media-Plattformen folgt, der hat gesehen, dass ich beschenkt worden bin, reich beschenkt worden bin vom EHP-Eckmann-Verlag. Da kommt nämlich demnächst die inzwischen, das ist irgendeine super Sonderjubiläumsausgabe, zu 70 Jahren Mickey-Maus-Magazinen. Und fast hätte ich heute dieses Magazin vorgestellt. Aber ich will sagen, dass ich da noch nicht die Zeit für gefunden habe und ich persönlich auch noch nicht so den Zugang auch zu den ganzen, ja, Disney-Comics, also das lustige Taschenbuch, das Magazin generell, diese ganzen Sachen immer, wenn ich es versucht habe, auch Karl Barks und so, das fiel mir immer relativ schwer, da reinzukommen und mich da wirklich mehrere Seiten am Stück für zu begeistern. Aber ich finde es geil, dass dieses Magazin jetzt offensichtlich schon seit 70 Jahren am Start ist. Da gab es wirklich ein bauchpinselndes Influencer-Paket für den Andi, das hat mir sehr gefallen, mit tollen Kuli und Kram und so, alles ganz nett. Und jede Menge extra Gedöns, ja, eben auch in dem Bereich. Und das wollte ich eigentlich nur mal als News so erwähnen. 70 Jahre Mickey-Maus-Magazin. Hat irgendwer von euch irgendwie erwähnenswert länger mal in dieses Magazin reingeschaut? Ich persönlich habe das immer nur in Arztpraxen als Kind in der Hand gehabt. Ja, ich hatte das als Kind zusammen mit dem lustigen Taschenbuch recht gern gelesen. Dadurch bin ich auch auf Don Rosa gestoßen, also dadurch mag ich Don Rosa eben sehr, weil der da auch präsent war und da war das im Fortsetzungsgeschichten-Format. Also da kam immer ein Kapitel von Sein Leben, Seine Milliarden oder sonstigen Dagobert-Stories, die er da gebracht hat. Und Don, äh, nee, Kyle Barks war da auch immer wieder vertreten. Also vielleicht ist das ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass ich hier heute sitze. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Einfluss von mir gewesen. Auch wenn das Disney-Zeug bei mir in letzter Zeit zurückgegangen ist, wenn Disney nicht irgendwelche Lizenzen gekauft hat, dann bin ich da überwiegend auf Pixar umgestiegen und gucke es jetzt nicht mehr so häufig. Also Mickey Mouse habe ich als Kind halt auch gelesen. Diese Hefte, ich weiß nicht, die tauchten immer irgendwie auf. Entweder von Geschwistern oder Verwandten, Cousinen oder wie auch immer, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht wirklich regelmäßig mir selbst irgendwie das Mickey Mouse Heft gekauft. Aber irgendwie hat man es immer mal bekommen irgendwoher und auch gelegentlich mal ein lustiges Taschenbuch. Aber später dann bin ich dann eher so weg von der Maus, sondern mehr zur Ente hin. Habe dann eben auch Kyle Barks und Don Rosa gelesen. Ja, es ist schon wieder einige Jahre her. Habe ich mir ja relativ häufig das Donald Ducks Sonderheft gekauft, das irgendwie alle Monate rauskommt. Das fand ich immer recht nett, so zwischendurch. Aber Maus eher weniger. Also ich glaube, das Mickey Mouse Heft, wie man es so am Kiosk kriegt, ist ja dann auch nicht nur mit Comics gefüllt, sondern auch mit so, weiß ich nicht, Aktivitätsseiten und irgendwie sowas, was dann doch eher auf ein jüngeres Publikum abzielt, wo ich jetzt nicht mehr die Zielgruppe bin. Also wenn ich jetzt halt wirklich rein die Geschichten lesen will, würde ich dann doch eher zu irgendwelchen Sammelbänden oder so greifen. Und jetzt nicht zu dem, ich weiß gar nicht, wie häufig es mittlerweile erscheint. Ob das wöchentlich, zwei wöchentlich. Das ist wöchentlich. Ist das immer noch wöchentlich, ja, okay. Und mit dem Schwerpunkt eben auf diesen Gimmick, also das Gimmick überwiegt hat. Und dadurch ist es halt nochmal deutlich mehr so eine Kinderbespaßung geworden. Also das Gimmick ist jetzt wirklich so das Hauptkaufargument. So wie es beim Yps früher war in unserer Kindheit oder in meiner Kindheit. Ja. Ja, Yps ist zum Beispiel, das ist auch so ein Ding, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das mal erwähnt oder nicht. Aber das ist so eins, das ich immer vergesse, wenn es immer so darum geht, wie ging das mit dem Comiclesen und so los. Dann vergesse ich immer zu sagen, Yps-Heft. Also Yps-Heft war bei mir auf jeden Fall so ein Ding auch. Das habe ich tatsächlich regelmäßig gekauft. Da war natürlich auch der Gimmick wichtig, aber auch die Comics, die da drin waren. Gut, aber jetzt kommen wir von der Maus weg. Ja, weil da kann ich mich erinnern an ein Gespräch mit dem Horst Gotter, das wir hier auch bei den Cookies geführt haben, noch vorm Comeback, als wir bei dem zu Hause waren und ein tolles Ding geführt haben. Und da war ein Thema eben auch, Comics am Kiosk quasi zu kaufen und eben nicht zu kaufen und so. Und dass irgendwann Comics, also insbesondere jetzt das Mickey Mouse Magazin, halt dieses Gimmick des Spielzeugs hatten. Und Stück für Stück ist aber der Fokus vom Comic hin zu diesem Gimmick gewandert, das ja auch diese Aktivitätsseiten hatte zu besprochen. Und ich persönlich kann mich auch noch dunkel daran erinnern, wie es in meiner Kindheit war. Aber ich fand persönlich, glaube ich, auch immer schon die Witze-Seiten spannender als den eigentlichen Comic dann im Magazin als Kind damals. Sodass so ein bisschen eigentlich inzwischen der Comic das Gimmick zum Spielzeug ist. Und das ist natürlich, weil als Comic-Fan blutet mir da ein bisschen das Herz. Andererseits ist das der Weg, um die Kids zu erreichen. Ich habe ja nun auch Nachwuchs, der regelmäßig irgendwelche Magazine von der, keine Ahnung, Paw Patrol oder wie die ganzen Pferde-Magazine, die nicht alle heißen, hier auch liegen hat. Und da muss man auch feststellen, dass der Comic, die sind teilweise gar nicht schlecht. Auch diese, keine Ahnung, Playmobil-Comics oder so. Das ist gar nicht so schlecht, was da drin ist. Aber das ist halt ein Bruchteil vom gesamten Magazin. Und auch nicht der Hauptkaufgrund vermutlich. Das ist eigentlich mehr so eine Wundertüte. Und ein Inhalt dieser Wundertüte ist dann dieser Comic. So hat sich das ein bisschen inzwischen gewandelt. Und jetzt war hier in meiner 70-Jahre-Version kein Spielzeug dabei, sondern ganz viele andere Spielzeuge dazugepackt. Aber da hat offensichtlich so ein bisschen ein Wandel stattgefunden. Ja, aber wie gesagt, noch habe ich da so die Maus. Und ich finde das ja, ich finde das innerhalb geschichtlich toll. Ich habe auch schon diverse Live-Zeichnungen davon gesehen, auch Veranstaltungen. Aber so mit Storys irgendwie, tut mir leid. Ich habe da nie das Gefühl, als wäre ich die Alters- und Zielgruppe. Breed, so wie sieht das bei dir aus? Sprich dich das an? Oder hatte ich das mal angesprochen? Also in den 80er habe ich schon viel Maus gelesen. Und auch viel lustiges Taschenbuch, weil das einfach vorhanden war bei meinen älteren Cousins. Die immer wieder auftauchen und die hatten so einen Schrank voll Comics. Und da waren natürlich auch viel Mickey Maus, teilweise sogar aus den 70ern dabei. Und ganz alte, lustige Taschenbücher. Das hat mich schon eine Zeit lang stark begleitet, kann man sagen. Aber irgendwann bist du da rausgewachsen, oder wie? Ja, also es gab so viel anderes zu entdecken. Es gab von Bastai, gab es schon Phantom und ähnliche Sachen. Also das wurde dann auch ein bisschen härter mit der Zeit, sofern man das dazu sagen kann. Und irgendwann wächst man da hinaus. Klar, es gab auch Fix und Foxy, es gab Ups und so. Aber Mickey Maus hatte ich sicherlich in dieser Phase, wo man noch ein ganz junger Leser ist, am meisten. Ja, das vielleicht nochmal kurz eben auch zur News. 70 Jahre, Mickey Maus Magazin. Und die dritte News ist eine schockierende, eine negative, eine überraschende für mich persönlich. Das haben vermutlich alle draußen mitbekommen. Aber Martin Perscheid ist verstorben, einer der bekanntesten deutschsprachigen Cartoonisten. Im Alter von 55 Jahren hat ihn leider der Krebs dann auch erwischt. Und es ist ganz, ganz einfach eine schockierende Nachricht gewesen. Ich selbst habe ihn mal persönlich kennenlernen dürfen, in Frankfurt auf einer Con und auch mal ein Interview mit ihm geführt. Das war ganz sympathisch. Der Mann war einfach durch und durch Profi. Wir haben ein nettes Gespräch geführt. Ich habe damit begonnen, dass mein Bruder ja so eine Cornflakes-Dose hätte. Und das wäre ja Merch von ihm. Und da wäre ja der Tod drauf, so als Figur. Und dann war das aber gar nicht von dem. Das war von Michael Holtschulte. Er sagte einfach, es war einfach nicht von dem. Aber andere, der, 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 wie hattest du gerade erwähnt, Patrick? Das war von Michael Holtschulte. Der hat das wahrscheinlich von tot, aber lustig. Das müsste von dem gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Der hat übrigens auch einen sehr schönen Nachruf auf Martin Perscheid verfasst, weil das so eine Art Mentor für ihn war. Ich bilde mir einen, den vorher gefragt haben wollte, der nämlich auch da war. Der ganze Lappernvertrag war da. Und der wusste davon auch nichts. Die haben mich dann an den Martin verwiesen, der davon auch nichts wusste. Mein Bruder hat also irgendwoher irgendein Plagiat gehabt, Geschenke gekriegt. Keine Ahnung. Aber ändert ja nichts dran, dass dieser eher holprige Start ins Gespräch trotzdem irgendwie nett geworden ist. Also insgesamt kann man noch nachhören. Google da mal eine Runde. Da gibt es ein Fünf-Minuten-Gespräch mit ihm. Und das war wirklich ein nettes, sympathisches Gespräch mit jemandem, der, glaube ich, sehr beliebt war. Der viele tolle Beiträge ja als Cartoonist auch gemacht hat. Ich bin mit seinen Werken jetzt nicht so hundertprozentig vertraut, aber man sieht an den diversen Nachrufen und Reaktionen der Leuten aus der Szene, wie verwurzelt er in dieser gewesen ist. Und das ist schon ein herber Schlag einfach. Ich glaube, gerade so aus dieser Cartoon-Ecke, das ist ja jetzt auch nicht so das riesenpopuläre Medium, kennt man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Aber Martin Perscheid kennt man dann halt irgendwie auch. Also ähnlich wie du es gerade gesagt hast, Andi, ich bin jetzt auch nicht super tief drin. Ich kann jetzt nicht meinen Lieblingsperscheid-Cartoon irgendwie aus der Tasche ziehen oder sowas. Aber wenn man die Sachen sieht, dann weiß man sofort, ja, kenne ich, habe ich schon gesehen, ist mir vertraut. Auch gerade jetzt hat eben, wenn er so im Zuge seines Todes diverse Leute Sachen von ihm auf Twitter gepostet haben, erkenne ich sofort den Stil. Ja, genau, habe ich gelesen, finde ich gut. Von daher, wenn man jemanden von so einem Medium, das nicht super Mainstream populär ist, wenn man da jemanden schon per Namen kennt, dann ist das auch eine gewisse Aussage. Also das schaffen da sicherlich nicht viele per Name bekannt zu sein. Zwischen hat sich geklärt, dass dieser Mischli-Box wohl vom Nicht-Lustig ist. Joscha Sauer. Joscha Sauer, genau. Der war nämlich auch da. Den habe ich nicht dazu befragt. Aber auch ein Interview geführt. Ich sage euch, das war... Das war der Erste, der mir eingefallen ist, als du irgendwas von tot gesagt hast. Weil ich wusste von bei Nicht-Lustig gibt es ja recht viele so mit diesem Sensen-Mann irgendwie, aber... Der hat ja vor kurzem offiziell bekannt gegeben, dass er sich vom Lappern Verlag und Karlsson trennt. Und weil... Das war ganz spannend. Da könnt ihr mal gucken. Auf seinem Twitter-Account war das, glaube ich. Weil er letztlich den Mehrwert daran nicht mehr erkennt, durch einen Verlag in den Buchmarkt zu kommen. Gerade weil er als Cartoonist ja vor allem online stattfinden würde und eben auch auf Social-Media-Plattformen stattfinden würde und so. Und da kann er letztlich auch seine paar Bücher, die er verkauft, von denen er eh nicht leben kann, auch selbst drucken und verticken. Das ist echt ganz spannend. Also in dem Bereich ist für ihn der Verlag keinen Mehrwert mehr gewesen. Auch interessant, da mal der Hinweis auf den Twitter-Account von Jascha Sauer. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit für Plämpläm jetzt zuzuschlagen. Vielleicht. Die haben ja auch mal den Hermann-Comics da auch einen ganz tollen Cartoonisten. Wie heißt der? Der hatte ich auch schon zu Gast bei mir. Liebe Grüße an den jungen, sympathischen Mann vom Plämpläm Productions Verlag. Gut, dann war das wahrscheinlich jetzt so der News-Blog für diese Folge und wir können in die Comic-Vorstellung einsteigen. Andi, welche beiden Comics hast du uns heute mitgebracht? Einen hast du ja schon erwähnt. Ja, und zwar werde ich zum einen die zwölfte Ausgabe von Shazam vorstellen zum Thema Spiel. Und außerdem habe ich mal relativ spontan was zur Comic-Figur Sentry lesen wollen. Habe das auch getan. Und deswegen gibt es die Vorstellung der Miniserie Sentry von Paul Jenkins und Jay Lee. Ist die, ja, dazu dann später mehr. Breedstorm, was hast du dabei? Ich werde mal im Allgemeinen auf die Reihe Is No Good eingehen. Und im Anschluss habe ich noch eine Graphic-Novel namens Ich bezahle für Sex. Ist autobiografisch, nicht vom Breedstorm, aber... Von Chester Brown. Patrick, was stellst du uns vor? Ich stelle es Sandburg von Frederik Peters und Pierre-Oskar-Lewy vor. Das ist die Vorlage zu dem M. Night Shyamalan-Film Old. Und dann ist natürlich letzte Woche von HP Lovecraft die Manga-Adaption von Cthulhu's Ruf eingetrudelt. Und den werde ich hier jetzt auch vorstellen. Alles klar. Ich habe dabei die ersten beiden Ausgaben der Reihe Basilisk. Es sind erst zwei Ausgaben erschienen. Die habe ich dabei. Und dann noch einen für mich Klassiker, aber vielleicht ein bisschen vergessenen oder vielleicht auch niemals richtig im Fokus gewesenen Comic Dirt Girl. Da werde ich dann später ein bisschen was dazu sagen. Dann, Andi, schieß doch mal los. Mit welchem willst du anfangen? Dann beginne ich mit Shazam. Shazam ist eine Reihe, die man in der deutschen Indie-Comic-Szene eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss. Aus einem einfachen Grund, weil alle irgendwie schon mal drin vertreten gewesen sind. Das ist eine Reihe, die gibt es inzwischen seit, keine Ahnung, 13, 14 Jahren. Also echt schon ewig. Und da ist unter anderem, ja, das sind mehrere Leute daran beteiligt, die das Ganze so ein bisschen organisatorisch quasi organisieren. Die Redaktionen haben übernommen Adrian von Bauer, David Koslowski, Nico Simon und Florian Steinel. Und bei allen vieren gab es in letzter Zeit zum Positiven auch einfach Veränderungen im Leben. Und das hat jetzt dafür gesorgt, dass sie einfach nicht mehr die Zeit haben, wie es scheint, sich mit der Erstellung dieser Anthologie zu befassen. Die war laut Auskunft von Adrian sowieso nie gewinnbringend. Die hat sich immer nur, wenn überhaupt, selbst getragen und war letztlich auch so ein bisschen Aushängeschild für die Personen, für die KünstlerInnen, die hier abgedruckt wurden. Und ist sicherlich sehr viel Orga. Also ich habe jetzt hier im 12. Band sind es 44 Comic-KünstlerInnen, die hier drin sind. Und bei 44 Leuten, das muss man erstmal organisieren. Ich denke, dass das ein enormer Aufwand war. Kurzum, die in Erlangen nächstes Jahr erscheinende 13. Ausgabe zum Comics-Salon, hoffentlich findet er statt, toi toi toi, wird die vorerst letzte sein. Und dann können wir mal gucken, wie es weitergeht. Und ich möchte jetzt hier, nachdem ich auf Twitter gefragt habe, welche der vier Ausgaben, die ich zur Wahl gestellt hatte, es denn werden sollte, kurz auf Volume 12 mit dem Thema Spiel eingehen. Das ist immer so, dass vor der Erstellung dieses Comics immer das Gesamtthema ausgegeben wird. Und dann beziehen sich all diese Geschichten irgendwie auf dieses Thema. Und da gibt es ganz unterschiedlich. Da gibt es Märchen, Helden, einfach mal irgendwann das Thema X einfach nur. Und hier ist es jetzt das Thema Spiel. Ich weiß noch nicht, um was es bei Band 13 gehen wird. Ab an 12, der ein Softcover ist, relativ dick. Dafür zahlt man gerade mal 18 Euro. Und wie immer ist es bei Anthologien so, dass einem hier wirklich ganz bunt unterschiedlichste Dinge geboten werden. Ich werde einzelne Geschichten hier ganz kurz und grob mal vorstellen. Und das sind sowohl inhaltlich ganz unterschiedliche Sachen, als auch natürlich rein optisch. wird dann da wirklich das buntste Potpourriere der guten Laune und eben auch der deutschsprachigen Comic-Indie-Szene präsentiert. Und wenn ich jetzt hier nur mal so drüber fliege, auf der Rückseite sind so ein paar Namen genannt. Insgesamt sind es wie gesagt 44 Personen. Wen kenne ich jetzt auf die Schnelle davon? Das ist ja unter anderem die Schlogger. Der Adrian von Bauer ist mit dabei. Und dann ist da ja zum Beispiel auch der David Felicki mit dabei. Der hat ja bei Jasam auch schon ein Special gekriegt, das Patrick und ich hier vor einiger Zeit mal vorgestellt hatten. Auch vor dem Comeback. Ganz toll. Sascha Gallion ist hier mit dabei. Den kennt der Antti. Den hat er vorgestellt vor gar nicht allzu langer Zeit. Was von dem... Puh, das sind so viele Namen. Maximilian Hiller-Zeder, der übrigens aktuell eine tolle Kickstarter-Kampagne am Start hat. Da könnt ihr auch mal gucken, ob ihr noch was abkriegt. Der Hugie, Marcel Hugenschüt ist am Start. KD, die wir hier kennen. Katja Klengel. Matthias Lehmann, der jetzt demnächst bei... Gott, ich glaube Reprodukt parallel rausbringen wird. Ganz großes Ding. Johannes Lott ist dabei. Bei so viele. Katharina Netolitzki heißt die gute Frau. Das sind so ein paar Namen. Armin Parr hatte ich schon im Gespräch. Also ihr könnt jetzt... Ingo Römmling, den wir vor kurzem interviewt haben, ist in dieser Ausgabe vertreten. Und viele, 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 viele weitere. Die Schrading ist mit am Start. Und da... Also es ist wirklich nur mal ein Ausschnitt von den Personen, die uns hier erwartet. Also es ist ziemlich bunt gemischt und auch einfach tolle Leute dabei. Und ich werde jetzt einfach mal so ganz grob über ein paar Geschichten durchgehen und so Themen anschneiden. Also das große Oberthema ist ja das Thema Spiel. Und Spiel kann ja vieles sein. Das erste, woran ich denke bei Spiel ist zum Beispiel einfach Mensch ärgere dich nicht. Und natürlich gibt es hier auch einen Comic, in dem Figuren Mensch ärgere dich nicht spielen. Ich denke an Computerspiele, an Games im klassischen Sinne. Und auch das ist hier vertreten. Ich denke an Spielsucht. Und auch Spielsucht hat hier verschiedenste Facetten, in denen einfach ganz düster Leute ihrer Spielsucht verfallen, dann irgendwie auch eigene Familienmitglieder beklauen, um dann noch Geld zu haben, um wieder spielen zu können. Und so weiter und so weiter. Und das ist wirklich faszinierend, dass für verschiedene Aspekten ja hier letztlich Spiele dargestellt wird. Ja und dann natürlich noch ganz klassisch Kinder, die einfach nur miteinander spielen. All das ist Teil dieser Anthologie. Und da will ich jetzt keine Story als sehr viel besser oder schlechter als ein anderer darstellen, weil insgesamt sind die alle sehr unterhaltsam und kurzlebig. Da sind sogar hin und wieder recht düstere Dinge auch dabei. Und von eher cartoonesken Dingen bis hin zu ja auch ein bisschen anspruchsvollerem ist da wirklich also querbeet alles am Start. Auch von der Kolo, wie gesagt, so ein bisschen mehr Indie. Ja, also wenn das einfach ein reduzierterer Strich ist, vielleicht mehr so ein bisschen, ja, wie sagt man es denn? Wie formuliert es am besten? Das ist ein, ich will nicht immer, pfff, Azifazi ist so ein Begriff, der glaube ich falsch kommt, aber einfach kein Cartoon, kein mainstreamiger Strich, sondern eben vielleicht einfach auch nur angedeutete Dinge, ein bisschen abstrakter und so. All das erwartet uns hier in Shazam 12. Und das ist in den anderen Ausgaben nicht viel anders. Ich würde es arthausig vielleicht nennen. Wenn es ein Film wäre, wäre es arthausig, genau. Und ja, das ist so, glaube ich, einfach mal ein Kurzabriss von einer Anthologie-Reihe, die ich, glaube ich, sehr vermissen werde. Und ich hoffe doch sehr, dass sich da irgendwann irgendwie irgendwo auch mal ein würdiger Nachfolger finden wird oder jemand, der vielleicht sogar die Anthologie-Reihe übernehmen wird. Ich mache es nicht. Also bei dir weiß ich, Breedstorm, dass du mit den War-Comics, die ja auch regelmäßig rezensiert hast bei der Comic-Community, das ist ja eigentlich was, was dich auch ansprechen dürfte, oder? Ja, zweifellos. Da war sehr oft eine sehr gute Zusammenstellung nach dem Reset, den sie mal gemacht haben, dabei. Natürlich hast du immer das Problem, was du bei jeder Anthologie hast. Es wird immer Sachen geben, die mir mal besser gefallen oder Sachen, die dir mal schlechter gefallen. Das ist ganz klar. Und ich weiß nicht, ob das für jeden Leser was ist. Ich finde es immer interessant, auch weil manchmal viele Sachen dabei waren, die ich mir sonst wahrscheinlich nicht so angeguckt hatte. Und es gab immer sehr viel Inspiration durch dieses Heft, ganz klar. Und gerade die Abwechslung finde ich halt toll. Also eigentlich wäre es die Krönung, wenn man jede Ausgabe auch noch mit den entsprechenden Signaturen hätte. Und das war auch eigentlich nicht absolut unmöglich, denn gerade so beim Comic-Festival und generell in Stuttgart, bei der Con oder eben auch in Erlangen oder so, da konnte man schon viele der Leute antreffen. Und die sind ja offensichtlich auch alle nicht aus der Welt. Also das ist schon einfach auch eine tolle Möglichkeit, mal so einen Einblick darin zu kriegen, was die deutsche Comicszene so alles hergibt. Und das ist jede Menge. Und das kriegt auf jeden Fall nicht genug Aufmerksamkeit. Und das ist schön gewesen, dass die Gesam hier eine Bühne geboten hat. Andi, hast du schon mal was von der Reihe gelesen oder so ein Buch in der Hand gehabt? Ja klar, nicht viele, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin jetzt nicht so der große Anthologien-Leser. Aber von Gesam habe ich auch ein, zwei Bände auf jeden Fall mal gekauft und ganz ehrlich wahrscheinlich nicht komplett gelesen, aber Teile davon gelesen. An sich finde ich das auch sympathisch. Und wie ihr schon gesagt habt, da waren auf jeden Fall immer gute Leute mit dabei. Also auch ein hoher Anteil an sehr guten Leuten. Und ja, also für mich war es immer mehr so, je nach Thema, interessiert mich das Thema gerade oder nicht? Und will ich gerade das Geld ausgeben? Weil Gesam, wie du ja auch gesagt hast, Andi, gerne mal recht dicke Bücher waren und dann eben auch schon sehr vollpreisig. Also jetzt nicht zu teuer, aber eben nicht so, das nehme ich mal für acht Euro mit. Und ja, gerade bei so, bei sowas wie im Comicsalon ist mein Geld dann häufig in andere Sachen geflossen. Also ich kann mich jetzt nicht als großer Unterstützer der deutschen Anthologie-Szene verkaufen. Das bin ich ganz ehrlich gesagt nicht. Aber an sich fand ich schon auch schön, dass es das gab. Ich bin auch ehrlich gesagt nahezu erstaunt, dass es überhaupt so lange die Reihe auch gab. Also ich finde es schon sehr, sehr stattlich, 13 Ausgaben davon rauszubringen, weil Anthologien es erfahrungsgemäß eigentlich immer schwer haben, weil eben immer so ein gemischtes Programm ist. Also du guckst eben da nicht rein und sagst, Mensch, das finde ich alles super. Sondern du sagst dann eben auch, ähnlich wie es der Breedsum gerade gesagt hat, ja, ein Teil finde ich super, ein Teil finde ich okay, ein Teil finde ich nicht so doll. Und da dann eben wirklich immer eine feste Käuferschaft irgendwie dafür zu begeistern, ist sicherlich schwierig. Von daher auf jeden Fall schon mal Hut ab, dass die Menschen hinter Jazam das überhaupt so lange gemacht haben. Ja, definitiv. Das zu Jazam, glaube ich. Oder hast du noch spannende Einwürfe dazu, Patrick? Ich finde es halt auch schön, dass da eine Plattform für viele Künstler geboten wurde. Aber es ist halt die Frage, wenn man jetzt nicht so sehr in der Comic-Materie drin ist und sich mal einen Überblick darüber verschaffen will, ob das auch für andere Leute, die weniger Comic interessiert sind, vielleicht auch einen Mehrwert hat. Ich glaube, gerade denen würde ich das uneingeschränkt empfehlen. Wollt ihr da halt mal reingucken können, was es noch so gibt, außer die Superhelden unseres Vertrauens oder Manga oder die klassischen fünf Albenreihen, die es so gibt? Guter Einwand. Okay, dann verlassen wir Jazam und schauen, was der Breedstorm uns jetzt als erstes präsentiert. Ja, ich möchte gerne mal die Albenreihe Is No Good vorstellen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Andi. Na klar. Auf jeden Fall von dir und natürlich durch den Dunibooks Verlag. Da läuft das Ding doch, oder? Da liefen zwei der letzten Bände, ja. Das stimmt. Aber fangen wir mal von vorne an. Is No Good ist eine franco-belgische Reihe von René Gossigny und Tabari, der Vorname ist, glaube ich, Jean, die 1962 ihren Auftritt hatte, spaßigerweise in einem Heft, in so einem katholischen Jugendheft, wenn ich die Dokumentation richtig verstanden habe, die ich mir dazu angeguckt habe. Und das ist sehr lustig, weil Is No Good einfach ein sehr, sehr bösartiger Mensch ist. Und das in so einem katholischen Jugendheftchen, was uns ja zur nächsten Liebe und ähnlichen Dingen erzählen soll, ist schon sehr, sehr komisch. Denn der gute Is No Good ist Großvisier im mittelalterlichen Bagdad. Und in diesem schönen Ort möchte er gerne Kalif anstelle des Kalifen werden. Und ja, das ist eigentlich schon der Inhalt fast jeder Geschichte von Is No Good. Denn diese Bestrebungen, Kalif zu werden, die bewegen sein ganzes Leben. Und so macht er sich immer auf mit neuen, aberwitzigen Plänen, wie er dem Kalif entweder loswerden oder um die Ecke bringen oder verzaubern oder was auch immer kann, damit endlich er selbst dann Kalif wird. Es gibt in der Reihe wenig wiederkehrende Figuren. Also wir haben natürlich Is No Good. Wir haben den Kalif Harun Al-Pussa, der immer wieder auftaucht, logischerweise, weil er soll ja irgendwann ersetzt werden. Und dann gibt es noch Tu nicht gut. Das ist nämlich der Handlanger von Is No Good, der immer wieder auftaucht. Sonst sind diese Figuren immer sehr, sehr anders. Also man sieht, es sind immer wieder ein paar Wächter, aber es gibt nicht den einen großen Wächter. Die einzigen, die ich da vielleicht noch nennen könne, wären ein Flaschengeist, der ab und an sich wiederholend auftritt. Und ja, der Scharfrichter, der kommt auch zwei-, dreimal in den ja vielleicht jetzt zehn Bänden, die ich gelesen habe, vor. Zehn Bände ist ein gutes Stichwort, denn im Deutschen gab es insgesamt 25 Alben. Und die Serie ist auch in anderen Reihen erschienen, wie zum Beispiel in Upps, wo ich zunächst als allererstes was von Is No Good gelesen hatte und das noch so im Hinterkopf hatte. Wahrscheinlich ist es auch eine Reihe, die man in sehr vielen gut sortierten Büchereien vielleicht in Nürnberg antrifft. Aber das hatte ich alles nicht als Kind. Und ich hatte lange Zeit da nicht so den richtigen Bezug dazu, bis der Steffen eben die Bände bei Dunibooks vorgestellt hat. Und ja, das sind so die letzten Bände, die im Deutschen auch erschienen sind. Außer einem großen Sammelband, der ist erschienen, für, glaube ich, 159 Euro, wo die gesammelten Werke von Goscinny und Jean Tabary drin sind. Das ist aber wiederum nicht die ganze Serie, weil die Serien auch ohne Goscinny und den Jean Tabary weitergeführt worden sind. Wenn nicht richtig informiert sind, sind die bei Dunibooks erschienenen Werke von Nicolas Tabary, also das ist der Sohn. Der hat sich da draufgehangen und der zeichnet die Serie jetzt weiter, was natürlich auch einen gewissen Charme hatte. Und ich habe die ganze Zeit so, nachdem ich das beim Steffen gelesen hatte, habe ich so gedacht, ja, es ist schon irgendwie witzig. Aber 159 Euro war es mir dann natürlich nicht wert. Preis-Leistungs-Spreetstorm wieder. Und so habe ich einfach einen Stapel alter Alben auf Ebay geschossen und habe mich da angefangen durchzulesen. Und was soll ich sagen? Also ich bin fast komplett, würde ich jetzt behaupten, wahrscheinlich wäre ich mit dem Sammelband welch günstiger gefahren. Weil die ersten Alben kriegt man für einen ganz guten Preis, aber die letzten, die waren dann dementsprechend seltener und da zahlst du dann auch mehr als der Vollpreis von der Serie jemals gewesen ist. Aber worum geht's? Wie gesagt, ist nur gut. Möchte gerne Kalif anstelle des Kalifen werden, was im Übrigen im Französischen ein Sprichwort gewesen ist. Also wenn jemand seinen Boss quasi um die Ecke bringen will oder selber herrschen möchte, dann sagt der Französische Je veux être Kalif à la place du Kalif. Also ich möchte Kalif anstelle des Kalifen werden. Das hat sich da etabliert, weil die Serie da so bekannt ist. In Deutschland habe ich das Gefühl, steht es natürlich deutlich hinter Asterix zurück. Aber das kann man natürlich von allen Goscinny-Serien sagen. Das kann man von Piet den Pirat oder Umpapa sagen, wo es um Indianer geht. Und ja, ist eigentlich so ein bisschen zu Unrecht. Natürlich sind die Asterix-Werke ausgefeilter, wenn ich das jetzt so direkt vergleiche. Das ist immer ein komplettes Album. Während bei Is No Good, da sind es meistens so vier Episoden, die in so einem 44-Seiten-Band oder so drin sind. Also immer so zehn, zwölf Seiten, glaube ich, wird das umfassen. Aber für mich hat das einen gewissen Vorteil. Erstens, ich kann das einfach mal abends so eine Geschichte lesen und dann bin ich glücklich, wenn er wieder was Bösartiges angerichtet hat. Der Gute ist nur gut. Und es wiederholt sich auch nicht so viel, wie wir es beim Asterix haben. Wenn ich sage, ein Asterix ist durchgängig erzählt, dann stimmt das. Aber die Hälfte des Bandes ist natürlich voll von Wiederholungen an sich selbst, soll die Leute natürlich das Fest zum Ende fordern und die Schlägerei zwischen den Dorfbewohnern zwischenzeitlich fordern. Das ist bei Is No Good natürlich ein bisschen kreativer ausgelebt. Also da passiert alles Mögliche von Versuchen, die so ein bisschen an Wiley Coyote erinnern, wie der versucht, den Roadrunner zu jagen. Das macht er teilweise auch mit dem Kalif, das stimmt. Es ist dann teilweise auch etwas platt, aber manchmal ist es sehr, sehr ausgefeilt. Also gern mal mit Magie, dass er versucht, in irgendein Bild einzusteigen. Und natürlich klappt das alles nicht. Weil genau wie bei Wiley Coyote hat Is No Good das Problem, er wird halt nie Kalif anstelle des Kalifen, so sehr er sich auch bemüht, um welchen bösartigen Plan er da auch macht. Optisch erinnert das Ganze natürlich auch ein bisschen an Asterix, obwohl Tabari natürlich kein Asterix-Zeichner war. Aber je weiter die, je moderner die Is No Good Alben sind, umso näher kommt das dem Stil, den ich so Udassau so ein bisschen zuschreibe. Von meinem begrenzten franco-belgischen Wissen, da gibt es wahrscheinlich noch andere, aber so ein bisschen passt es schon sehr gut dazu. Und man könnte sich Asterix und Obelix tatsächlich auch in dem mittelalterlichen Bagdad beim Crossover vorstellen. Im Gegensatz zu Udassau hat Tabari öfters mal irgendwelche Crossover mit eingebaut, ob gewollt oder ungewollt. Also es gibt mal eine Stelle, da sieht es sehr nach Tim und Struppi aus. Oder was er auch sehr bevorzugt macht, er zeichnet sich auch gerne selber irgendwo rein. Also da gibt es auch eine Geschichte, da wird die dritte Wand durchbrochen. Wie heißt es, die vierte? Die vierte Wand. Durchbrochen. Und er spricht dann als Comicfigur mit den Lesern. Und im letzten Band, den ich gelesen habe, das waren wir acht, neun oder zehn, weiß ich jetzt nicht mehr, da hat er tatsächlich geschafft, ein Foto von sich in diesen Band zu verewigen. Also er ist da schon sehr daran interessiert, dass man ihn da auch wiedererkennt. Also für mich, unterm Strich, um das abzuschließen, eine Reihe, die zu Unrecht unterschätzt wird. Und wenn ihr reingucken wollt, muss es wahrscheinlich nicht der ganz große Schwung sein. Da würde ich mir tatsächlich einen gebrauchten bei Ebay schießen für 1, 2 Euro oder 2, 3 Exemplare davon. Und einfach mal reingucken, ist das was für einen? Und wenn nicht, dann hat man keinen 159 Euro verloren. Die von Dani Box tatsächlich, wie gesagt, die von Nicola Tabari, die sind im Strich sehr ähnlich. Aber natürlich muss man dann mit allkalkulieren, dass das nicht Goscinny geschrieben hat. Das ist auch ganz klar. Andi, was sagt die Stadtbücherei Nürnberg? Das kann ich dir nicht sagen, was die Stadtbücherei Nürnberg sagt. Ich kann dir sagen, dass die Stadtbücherei Erlangen, wo ich aufgewachsen bin, da bin ich natürlich auch mit Is No Good Comics aufgewachsen. Also ich und ein guter Freund von mir, Schulfreund, wir haben so alle Comic-Alben der Stadtbücherei irgendwie so weggelesen in unserer Kindheit. Erst der Bücherbus, der zu uns nach Tenlo gekommen ist, da immer alles weggelesen. Und als wir da alles kannten, dann eben auch aus der Hauptbücherei in der Innenstadt. Und Is No Good war da natürlich mit dabei, ist ganz klar. Also ich habe selber nie einen besessen, aber eben vom Freund oder aus der Bücherei haben wir die immer sehr gerne gelesen. Und ich habe auch seit damals, seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile, keinen mehr gelesen. Aber den in guter Erinnerung. Also ich fand den immer sehr lustig, hatte Spaß mit dem. Und es war so damals, soweit ich mich erinnere, in meinem kleinen Kreis schon eine bekannte Figur. Und das mit dem Kalif anstelle des Kalifen, den Spruch kannte man auch so. Also vielleicht rede ich jetzt nur von drei Menschen. In meiner Erinnerung war es irgendwie so, das kennt jeder. Aber klar, ist natürlich nicht so. Nicht mit 20 Leuten über Is No Good unterhalten in meiner Kindheit. Nee, aber finde ich schön, dass du das nochmal so in den Fokus nimmst und nochmal so präsentierst. Also wenn ich mal wieder in der Nürnberger Stadtbibliothek bin, halte ich vielleicht mal die Augen offen und schaue auch mal wieder in den Is No Good Band, wenn sie da einen offen da haben. Kann natürlich auch sein, dass die mittlerweile ins Archiv gewandert sind und man die sich dann holen lassen muss. Sowas gibt es ja auch bei so älteren Sachen. Ich rede zu viel. Patrick, wie stehst du und Is No Good zueinander? Kennt ihr euch oder habt ihr bisher noch nicht miteinander Bekanntschaft geschlossen? Ja, wir kennen uns. Ich habe damals als Kind auch immer wieder so die animierte Serie gesehen. Ich habe das damals so ein bisschen als die franco-belgische Version von Pinky und Brain wahrgenommen. Also auch ein ähnliches anarchistisches Thema statt. Wir wollen die Weltherrschaft an uns reißen. Wir wollen den Kalifen stürzen. Und ich mochte das auch sehr. Ich finde es auch schade, dass von Goskini immer wieder alles andere außer Asterix gefühlt unter den Tisch fällt. Weil diese Reihe hatte halt herrlich anarchistische Töne auch an sich. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich dafür das teure Geld ausgeben würde oder ob ich das eher breedstormen würde, eher letzteres. Weil 159 Euro ist halt echt eine stolze Summe, würde ich sagen. Ja gut, da musst du halt Komplettist sein. Also wenn du halt wirklich das komplett haben willst, ist das bestimmt ein guter Deal. Wenn du jetzt nur mal ein Band lesen willst, dann brauchst du natürlich nicht die komplette Werksausgabe. Das ist vollkommen klar. Ja, wenn ich das mal wieder lesen würde, dann auch zur Auffrischung, um zu sehen, ist das noch so lustig, wie ich es als Kind in Erinnerung habe. Das ist bei mir tatsächlich auch ein bisschen her, dass ich damit Kontakt hatte. Andi, wie ist es mit dir und Is No Good? Nein, ich habe mit Is No Good so überhaupt gar nichts am Hut. Und jetzt, wo du von der Animationsserie gesprochen hast, Patrick, da versuche ich mich krampfhaft dran zu erinnern. Aber es will mir einfach nicht gelingen. Wo lief die denn? Ich kann mich noch erinnern, dass das beim Disney-Club oder Tiger-Anton-Club, whatever, da lief das. Also da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Also als ich noch ein kleines Kind war, so lange ist das schon her. Ich weiß von Is No Good nämlich auch exakt zwei Sachen. Nämlich zum einen diesen Spruch mit hier Kalif anstelle des Kalifen. Was auch immer das bedeutet oder bedeutet hat, wusste ich nicht bis jetzt gerade. Und dann natürlich, dass es halt wirklich so ein Typ ist, der sich ständig aufregt. Also ich kenne immer Bilder von dem, wie das trampelt oder springt in der Luft rumhängt und so. Das ist alles, was ich damit verbinde. Und tatsächlich habe ich hier eigentlich noch eine konkrete Frage. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit, unsere 100, lieber Breedstorm, habe ich ja die Mosaik-Comics vorgestellt. In dieser Ausgabe, die ich vorgestellt habe, spielte das ja im Orient. Das war schon letztlich irgendwie eine sehr klischeehafte Darstellung der Menschen aus dem Orient und so. Wie sieht es denn hier aus? Ist das hier auch ein Klischee nach dem anderen? Ist das vielleicht auch irgendwie rassistisch oder spielt das keine Rolle? Ja, also es ist, wie es in einem 60er-Jahre-Comics ist, hast du da klischeehafte Darstellungen. Also besonders ist mir aufgefallen, als es mal so eine Art Teleportation in den asiatischen Bereich gab. Da waren natürlich die Chinesen oder Japaner, wie man sich das früher vorgestellt hat, wenn man als Kind sich als Asiate verkleidet hat im Fasching, die waren halt mit diesen speziellen Hüten ausgestattet. Also es war schon sehr klischeehaft. Auch die Schwarzen sind generell mit sehr großen Lippen ausgestattet. Aber natürlich, die ganze Serie ist ja ein reines Klischee. Ja, also ich könnte jetzt sagen, also theoretisch wären mir der Kalif, der könnte auch eine Lederhose tragen und jodeln. Also von der Optik her. Ja. Während mich natürlich der Is No Good an einen anderen Choleriker erinnert hat, und zwar, wer Knacks gelesen hat von der Sparkasse früher, Fetz Braun. Also das ist optisch sicherlich eine gewisse Ähnlichkeit zu finden. Und der hat sich auch immer sehr aufgeregt. Aber hier geht es ja auch um diese ganzen Klischees, die damit verbunden sind. Da sind Wortspiele teilweise drin, manchmal nicht ganz so glücklich übersetzt. Es geht nur um Klischees da drin. Übrigens tauchen auch, wo wir beim Thema Klischees sind, die Piraten von Asterix tauchen auch in einer Folge drauf. Und auch da ist ja immer, ja, es ist alles Klischee. Ja, natürlich ist es Klischee. Es ist ein Funny Comic aus den 60ern. Was erwartet man da? Wie ist das Frauenbild? Frauen sind da relativ wenig dabei tatsächlich. Also es gibt hier, lustigerweise habe ich vor mir liegen, den Band 14 Is No Good und die Frauen. Da kommen wohl welche vor. Aber ansonsten finden die bei den Protagonisten nicht so statt. Jetzt kann man natürlich sagen, das Patriarchat hat das geplant, dass da keine Frauen drin sind, weil wir nicht darstellen wollen, dass Frauen auch im mittelalterlichen Bagdad Führungspositionen hatten. Aber ich glaube, so ist es einfach nicht. Sondern er hat einfach versucht, eine lustige Geschichte zu erzählen. Und ich finde, dass es ihm auch gelungen, die Idee war, eine Figur zu beschreiben, die so bösartig ist, dass es schon wieder sympathisch ist. Und das hat bei mir vollkommen funktioniert. Ich finde ihn gerade gut, wenn er sich aufregt, wenn er wieder fehlschlägt. So ein bisschen wie Duffy Duck oder meinetwegen auch Donald Duck. Ja. Das ist dieses Losertum. Bloß, dass es hier noch durch eine Bösartigkeit garniert wird. Und das mag ich sehr. Weil jetzt der Breedsum gerade das Knacksheft erwähnt hat. Ich verstehe genau, was du sagst mit der Figur aus dem Knacksheft. Und da habe ich mir gerade gedacht, ja stimmt, Knacks und Sumsi sind auch so Hefte aus meiner Kindheit, die da irgendwie wahrscheinlich mit reinzählen, so in die frühe Comics-Sozialisation. Und im zweiten Gedanken dachte ich mir dann, Online-Banking hat also kaputt gemacht, dass Kinder mit Comics in Berührung kommen. Oh. Ganz sicher. Ja, cool. Da würde ich widersprechen, weil du kannst, glaube ich, immer noch in der Sparkasse Hashtag keine Werbung ein Knacksheft mitnehmen. Also zumindest vor letztes Jahr ging es noch. Ja, aber nicht, wenn du Online-Banking machst. Ja, dann nicht. Aber das ist ein super interessantes Feld, das man ja immer wieder vergisst. So Gebrauchskomics auch so. Also so in TV-Zeitschriften oder eben sowas wie jetzt hier von Banken. Oder Nintendo-Comics, die es damals auch gab. Ja, in den Kaba-Boxen waren früher so kleine Comic-Heftchen drin und so. Quickie. Ja, genau, lauter so ein Zeug. Na gut, sind wir durch mit Isn't It Gut oder hat noch jemand was zu sagen? Nichts Schlaues. Nichts Schlaues, gut. Dann darf der Patrick weitermachen mit seinem ersten Thema. Also, ich habe Sandburg von Frederik Peters und Pierre-Oskar Levy gelesen. Das ist die Vorlage zu M. Night Shyamalan's Old. Was halt bei dem Film falsch beworben wird, und ich weiß nicht, ob das beim Comic auch so beworben wurde, dass das als eine Horror-Story verkauft wird. Weil eigentlich spielt dieser Horror-Aspekt eher so eine Nebenrolle. Es geht um eine Menschenansammlung, die findet sich auf einmal an einem Strand. Und das Ungewöhnliche an diesem Strand ist, dass die Leute innerhalb von Stunden um einige Jahre altern. Also alle zwei Stunden altern die um vier, fünf Jahre locker. Und dann versuchen sie, vom Strand zu fliehen und müssen sich dann irgendwann damit anfreunden, dass sie vielleicht in den nächsten Stunden sterben. Und dann überlegen sie, ja, wie wollen sie ihre letzten Stunden verbringen? Also es hat so ein bisschen Body-Horror-Elemente, die so zeichnerisch ein wenig an Charles Burns erinnern. Nur ohne so übel zu werden. Also Charles Burns hat da nochmal einen eigenen, sehr verstörenden, unangenehmen Stil, finde ich, im Vergleich zu ihm. Und auch dieser philosophische Aspekt, der wirft was Schönes auf. Und da kann ich verstehen, dass den M. N. Charmalan adaptieren wollte. Dadurch, dass die so schnell altern, da hat das auch was für sich, dass die Leute, ich zitiere mal unseren bekannten Chris, dass die Leute reden wie Aliens. Also dass dann Kinder auf einmal so, ne, erwachsene Kinder auf einmal reden, als wären sie halt wirklich von Aliens entführt worden. Also da ergibt dann diese komische Sprechweise schon wieder irgendwo einen Sinn. Ich hatte lange Zeit überlegt, soll ich das vorstellen, soll ich es nicht. Weil im Prinzip würde ich damit ja auch Werbung für den Film machen. Habe mich dann aber dazu entschieden, nochmal darauf zu verweisen, dass der Comic diesen Twist, den M. N. Charmalan da raushaut, der hat diesen Twist nicht nötig. Und der ergibt für mich halt auch gar keinen Sinn, verwässert die Thematik und macht den halt wieder zu dem enttäuschenden Charmalan-Film, während sich der Comic auf das Nötigste, auf diesen auch philosophischen Aspekt darauf konzentriert. Konzentriert. Also das kann ich Leuten empfehlen, die arthausigen Horror mögen. Ich habe da schon Bock drauf. Der, glaube ich, Sascha Derb hat den empfohlen auf Facebook. Ja, der hat den auch empfohlen. Und du offensichtlich auch. Genau, ich muss da nur immer abkapseln, dass der Charmalan-Film halt dann nicht wirklich gut ist, aber eben millionenschwere Werbung für den Comic, so gesehen, wie er immer. Andererseits ist es natürlich so, dass dadurch, dass der Comic wirklich anders heißt als der Film, macht vielleicht auch gar nicht jeder diese Verbindung, dass überhaupt da eine Verbindung da ist. Also ich habe weder Film gesehen noch Comic gelesen. Als der Film angekündigt wurde, habe ich überhaupt von dem Comic nur mitbekommen, wo es eben hieß, der kommt dann irgendwann in irgendeiner Weile. Und dass der Film auch eher locker inspiriert ist von dem Comic, also auch nicht wirklich als Adaption daherkommt. Das war so das, was ich jeweils wusste über Comic und Film. Und ja, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, über den Film habe ich bisher mittelmäßiges bis nicht so Gutes gehört. Und von daher ist es ja schön, wenn der Comic gut ist und man den Comic da dann auch bewerben und empfehlen kann. Für mich das große Problem am Film ist, dass der halt ein anderes Pacing hat als der Comic. Die stehen 70 Minuten rum und fragen sich, ey, wieso alter ich so schnell? Wieso alter ich so schnell? Bis er dann im letzten Drittel, wenn nicht sogar in den letzten 20 Minuten, dann endlich mal zu Potte kommt und dann einen haarsträubenden Twist raushaut, der noch nicht mal was mit diesem Alterungsprozess oder nur bedingt damit zu tun hat. Von daher ist es wahrscheinlich gut, weniger über den Comic reden. Braedstorm, hast du irgendwelche Sachen mitbekommen oder vielleicht sogar was gelesen, den Comic gelesen oder schon mal irgendwas drüber gehört? Nee, sehr viel aus der Richtung in letzter Zeit tatsächlich, aber den noch nicht. Wir können anscheinend, außer Patrick, jetzt alle nicht besonders viel dazu sagen. Ich bin auch ehrlich gesagt mit den Künstlern, die daran beteiligt sind, nur bedingt vertraut. Also Friedrich Peters ist ein Name, der mir bekannt ist, aber wäre ich jetzt auch mit dem Werk nicht sonderlich vertraut. Deswegen ... Mir sind die beiden halt auch da zum ersten Mal über den Weg gelaufen und ich muss zugeben, eben durch den Film, weil ich wusste, der Film ist die Adaption oder die lose Adaption eben von diesem Comic und dann habe ich von Sascha Dörp auch diese Kritik gelesen, diese positive und wollte dann unbedingt den Comic lesen. Gut, also das ist dann das Fazit. Spart euch den Film, lest den Comic. Bingo. Und dann mache ich weiter und stelle meinen ersten Comic für heute vor. Das sind die ersten beiden Ausgaben der Reihe Basilisk, erschienen bei Boom Studios. Also es sind amerikanische Hefte jetzt. Dieses Jahr 2021 losgegangen, eben erst die ersten zwei Hefte erschienen. Es ist gezeichnet von Jonas Schaaf. Den haben wir ja schon mal bei dieser Technik-Test-Folge, die Breedstormer und ich gemacht haben. Da habe ich über seinen Avengers of the Wastelands gesprochen. Jonas Schaaf, Zeichner hier aus dem Nürnberger Umland. Geschrieben ist die Reihe von Cullen Bunn. Die Farben sind von Alex Guimares, wenn man nicht hundertprozentig sicher, wie man es ausspricht. Und das Lettering ist von Ed Dukesher. Das ist genau das Team, das auch schon die Reihe Bone Parish bei Boom gemacht hat. Da haben Cullen Bunn und Jonas Schaaf zusammen mit Alex Guimares und Ed Dukesher auch schon das erste Mal zusammengearbeitet. Das war eine zwölfteilige Reihe, die in zwölfteilen abgeschlossen war. Und so ist Basilisk auch angelegt auf zwölf Hefte, wie er eine große Geschichte erzählt. Es ist eine Mystery-Horror-Geschichte. Es ist auch insofern noch Mystery, dass in den ersten zwei Heften schon immer noch viel offen ist. Es geht um eine Gruppe von Menschen, die sich Chimera nennt. Es sind fünf Leute, die jeweils übernatürliche Kräfte haben, die mit den fünf Sinnen zu tun haben. Also jede Person hat eine Kraft, die mit einem der Sinne zusammenhängt. Die klassischen Sinne sind hören, riechen, schmecken, sehen und tasten. Die Figuren werden im ersten Heft noch nicht alle vorgestellt. Deswegen weiß ich auch noch nicht, was die einzelnen Kräfte jeweils so beinhalten. Und auch im zweiten Heft tauchen dann sie nur vereinzelt auf. Im ersten Heft ist es so, eine Figur kommt in ein Diner-Lokal und wird dort entführt von einer Frau. Diese erste Figur ist eben eine dieser Chimera-Personen, die mit ihren Augen töten kann. Deswegen hat sie immer die Augen auch so verhangen. In Rückblicken sieht man, dass diese fünf Chimera-Personen, das ist ein ganz komischer Begriff, ich weiß noch nicht, wie ich es besser nennen soll, kommen in einen Ort und richten da Verwüstung und Tod an. Man erfährt nicht viel, das sind nur so ein paar Seiten. Das ist eben so der Rückblick. Und dann quasi in der Jetzt-Erzählzeit ist diese Frau, die in einem dieser Orte war, wo diese Verwüstungen stattfanden. Und die will sich rächen und entführt deswegen diese Augenkräftige, das ist ganz komisch, die sich von dieser ursprünglichen Gruppe irgendwie abgespalten hat. Das kriegt man schon so ein bisschen mit. Also dass diese eine Chimera-Figur nicht mehr mit den anderen zusammenhängt und die anderen vier sind aber irgendwie noch miteinander zusammen unterwegs. Und irgendwie läuft das Ganze wahrscheinlich irgendwann auf so eine Konfrontation hinaus. Aber so weit ist es da noch nicht. Also im zweiten Heft kriegt man dann eben auch die anderen vier ein bisschen vorgestellt. Die tauchen so im ersten Heft auf der letzten Seite das erste Mal auf. Die kriegen das also irgendwie mit, dass da was im Gange ist, dass da jemand auf der Suche nach ihnen ist und sich rächen möchte für das, was irgendwie in der Vergangenheit da mal passiert ist. Das, was eben auch noch so ein bisschen im Verborgenen ist. Also auch im zweiten Heft. Es gibt also jetzt in jedem Heft immer diese paar Rückblicksseiten, wo man also ein bisschen was für die Vergangenheit erfährt. Und der Hauptteil ist dann eben jetzt diese Entführung und Konfrontation. Also es wird sich dann sicherlich über den nächsten Heft noch so ein bisschen weiterentwickeln, dass man mehr erfährt, was sind jetzt diese Kräfte von diesen Figuren, wo kommen die überhaupt her, Wie kommt es dazu, dass sie diese Kräfte haben? Warum haben sie da jetzt irgendwie solche ganzen Städte oder kleinen Orte ausgelöscht, so viele Leute umgebracht und was hat es da jetzt heutzutage auch noch mit diesen mit diesen Figuren auf sich? Also ihr merkt vielleicht, mir fällt es ein bisschen schwer, da eine konkrete Zusammenfassung zu liefern, weil eben auch noch so viele Leerstellen in der Geschichte sind, was ja auch gut ist in den ersten zwei Heften von zwölf, dass man da eben noch Fragen hat, die sich über die nächsten Hefte dann auch noch beantworten lassen. Was mir bei diesen, also ich meine, es ist kein Geheimnis, Jonas Schaaf ist für mich natürlich der Grund, warum ich diese Hefte kaufe, weil ich ihn wirklich immer noch einen hervorragenden Zeichner finde und natürlich auch gerne hier den Jungen aus der Nachbarschaft quasi unterstütze. Was mir hier besonders gut gefällt noch bei Basilisk, auch im Vergleich zu Bone Parish, die ich auch schon sehr, sehr gut fand. Jonas hat hier auch noch mal ein bisschen neue Technik mit angewandt. Diese Rückblicksseiten hat er also komplett alleine gestaltet. Also klar, bei den anderen Seiten, wie gesagt, Elkskimaris macht die Farben, aber diese Rückblicksseiten hat Jonas komplett in einer Inkwash-Technik selbst gezeichnet, schrägstrich illustriert und eben auch Farbe selbst gemacht. Und gerade diese Seiten finde ich wahnsinnig hervorragend. Also eigentlich möchte ich in dem Stil mal ein komplettes Buch von ihm sehen. Also da zeigt sich so richtig für mich auch seine künstlerische Könnerschaft. Ich habe es, glaube ich, auch bei Avengers of the Wasteland schon mal gesagt, viel hängt halt doch auch immer an Farben für mich zumindest, wie gut die Zeichnungen rauskommen oder auch nicht rauskommen. Und das ist auf jeden Fall auch gut im Rest des Heftes. Also Elkskimaris macht das sicherlich sehr, sehr, sehr gut. Aber gerade diese Inkwash-Seiten, die finde ich also wahnsinnig hervorragend. Das ist natürlich ein größerer Aufwand für Jonas als die normalen Seiten. Das ist ganz klar. Das lässt sich bei so einem monatlichen Heft schwierig machen. Aber diese Seiten und auch die Cover, die Jonas auch für die Reihe jetzt macht. Bei Bone Parish hat noch jemand anders die Cover gemacht, zumindest die meisten. Und bei Basilisk gibt es natürlich auch immer diverse Variant-Cover und so, aber die Hauptcover macht Jonas auch. Also ganz, ganz, ganz groß bin ich großer Fan von. Aber auch von der Geschichte her bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr interessiert, da mitzugehen und rauszufinden, was sind all diese Mysterien, die diese Gruppe umgeben, was ist das Abenteuer, das es hier zu erleben gilt, was sind die Kräfte tatsächlich dieser einzelnen Figuren, die wir jetzt auch noch nicht alle gesehen haben in Aktion. Also jetzt auf Grund dieser zwei Hefte würde ich es auf jeden Fall empfehlen, bin sehr angetan. Ich hatte schon überlegt, ob ich nach dem ersten Heft drüber spreche, aber da dachte ich mir, dann weiß ich doch noch zu wenig, weil also da wirklich halt einfach viele Figuren noch nicht richtig aufgetaucht sind. Gut, warte ich zumindest mal bis Heft zwei, bis ich jetzt dann auch hier drüber spreche. Aber jetzt nach zwei Heften würde ich sagen, wer da jetzt noch daran interessiert ist, kann da gut noch aufspringen quasi. Also die zwei Hefte sind wahrscheinlich noch zu kriegen und zehn kommen noch und ansonsten gehe ich davon aus, dass das ähnlich auch wie bei Bone Parish dann, bei Bone Parish war es so, die sind in drei Paperbacks erschienen in den USA. Deswegen gehe ich davon aus, dass es bei Basilisk ähnlich sein wird, dass es dann drei Paperbacks werden. Deutsche Veröffentlichung wage ich nichts dazu zu sagen, nachdem es von Bone Parish keine gab, weiß ich nicht, wie das bei Basilisk sein wird. Im Moment sicherlich erstmal die amerikanischen Ausgaben, das was man kriegt. So, ich habe immer das Gefühl, dass ich schlimm gatze und niemand versteht, was ich sage über solche Comics. Hat irgendwer einen Eindruck davon gewonnen, was ich da gerade von mir gegeben habe, Andi? Auf jeden Fall. Kam es bei dir an? Ich habe da auch gleich jede Menge Fragen und beziehungsweise Ideen und Einwände. Also die erste Frage ist, vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, du bist da jetzt draufgestoßen auf die Serie wegen natürlich Jonas Schaaf. Wo hast du die geholt? Hast du die online bestellt oder im Comicladen? Comicladen, Ultracomics hier in Nürnberg. Okay, die haben auch sich die da ange... Okay, dann gab es die. Also ich bestelle die halt auch vor. Also ich weiß ja, dass die dann rauskommen. Ich habe das halt direkt vorneweg abonniert, die legen mir das dann zurück und aber jetzt gerade in Nürnberg ist natürlich auch nochmal ein Extraladen. Also die Sachen vom Jonas haben die sowieso immer da, weil der Jonas ja quasi auch so der Haus und Hof oder einer der Haus und Hof Zeichner in Nürnberg ist. Aber jetzt in dem Fall, wie gesagt, habe ich das halt auch angemeldet, dass die mir die immer zurücklegen jeden Monat. Ja, weil dann Basilisk, ich bilde mir ein, ich habe mindestens auch, es gibt noch eine weitere Manga-Reihe, die heißt auch Basilisk, bitte sollte man das nicht verwechseln. Aber worauf ich noch hinweisen möchte, also ich kannte den Jonas Schaaf jetzt ja vor allem zuletzt aus seinen Arbeiten für Power Rangers, wo ich es eben zuletzt gelesen hatte. Und ich will jetzt ganz ehrlich, also das war nicht, das war nicht das beste Artwork in der Serie, da gab es andere, die haben das meines Erachtens besser gemacht. Aber jetzt sehe ich hier gerade, auf Comixology gibt es nämlich die Leseprobe auch zum dritten Heft, das es bereits gibt, das vierte kann man wohl schon vorbestellen. Ich habe den Eindruck, dass Jonas Schaafs Artwork vor allem von der Kolo auch abhängt. Ich habe hier einen direkten Vergleich eben zu einer diese Wischtechnik oder wie du es genannt hattest, das sieht wirklich fantastisch aus. Das ist wunderschön, das ist einfach schön, das ist beeindruckend, das ist sehr atmosphärisch, das ist düster und dunkel, genau so mag ich das. Und dann gibt es aber hier auch ein Bild mit irgendwelchen Rehen, die durch den Wald springen, das Ganze ist am Tag und deutlich heller, deutlich klarer und viel flächiger koloriert und das sieht nicht so gut aus, ganz im Ernst. Ich finde, das gefällt mir einfach nicht annähernd so gut, auch so ein bisschen vom Artwork, wobei das vermutlich dasselbe ist ja wie in dem anderen, nur anders koloriert. Also, da scheint sein Stil doch auch wirklich für meine Wahrnehmung sehr davon abhängig zu sein und zu wirken, eben auch abhängig von der eigentlichen Kolo. Ja, also die klassische Kolo gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Das sieht wirklich, finde ich nicht schön aus, aber dieses besondere Washings Booms ist echt toll. Ihr habt ja gesagt, das habe ich bei Avengers of the Wastelands schon mal gesagt, also wenn man seine Sachen in schwarz-weiß sieht, habe ich auch immer den Eindruck, kommt es häufig besser raus. Er ist halt nicht auf dem Level, dass er immer die Top-Koloristen kriegt. Also ich finde jetzt schon, dass die Sachen bei Boom besser koloriert sind als sein Avengers of the Wastelands. Also ich glaube, Marvel hat ihn da nicht zwingend mit dem besten Koloristen zusammengepaart. Und jetzt die Inkwash-Seiten sind natürlich noch mal, die entstehen ganz klar anders als jetzt seine getuschten Seiten. Aber, also ich, gut, ich weiß jetzt nicht genau, welche Seite du jetzt da angeschaut hast. Also ich finde schon, dass die... Von der 3, die 3 hast du da nicht vorliegt. Ja, nee, die 3 habe ich noch nicht. Die waren noch nicht im Laden da. Also ich finde die durchaus nicht schlecht. Also das finde ich schon gut. Also ich fand das auch bei Bone Parish schon gut. Aber die Inkwash-Seiten stechen schon auf jeden Fall raus, dass die... Also ich kann das jetzt bei den Leseproben zu eins und zwei auch nicht bestätigen. Das ist alles toll, auch das normal Kolorierte. Aber wenn du jetzt die Zeit hättest, und ihr da draußen euch mal die Leseprobe von der 3 auf Comixology anzuschauen, da gibt es ja immer nur so drei, vier Seiten. Und da sehen wir neben zwei Seiten dieser Wash-Technik und dem Cover eben auch eine vierte Seite. Und da unten in der Mitte ist die Hauptfigur eingeblendet und dann mit den Augen. Das passt irgendwie nicht. Der Hintergrund sieht aus, wie nicht zu Ende gezeichnet. und so. Das ist irgendwie merkwürdig. Aber das ist diese eine Seite, vielleicht ist einfach ein blöder... Einfach dieser eine Panel, das für mich nicht passt, kann ja auch sein. Ich empfehle da einfach mal wieder, sich Jonas' Instagram-Account anzuschauen, wo seine Schwarz-Weiß-Sachen dann zu sehen sind. Zum einen Seiten aus den Comics, zum anderen auch Illustrationen, die er so macht. Und da bin ich einfach ganz großer Fan von. Also ich hoffe einfach auch irgendwann mal auf den Tag, dass er mal mit so einem richtigen Top-Koloristen irgendwie vielleicht mal zusammenkommt. Da wäre ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Er macht ja jetzt oder hat gemacht so ein Witcher-Heft, so ein 48-Seiten-Album. Ich weiß nicht genau, wann das rauskommt. Ich weiß auch nicht, wer da noch irgendwie dran gearbeitet hat. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass Jonas sehr, sehr interessiert ist an Fantasy-Geschichten. Er sagt schon seit Jahren, dass er eigentlich wirklich mal so eine richtige Fantasy-Reihe eigentlich mal gerne machen möchte. und er mit Cullen Bunn da auch schon gepitcht hat irgendwie so an Fantasy-Sachen. Aber dass die Verlage noch nicht so richtig mitgespielt haben. Witcher ist da jetzt wahrscheinlich das, was der so am nähesten jetzt dann an dem ist. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann ausschaut. Ich glaube, das erscheint bei Dark Horse. Mal gucken. Aber ja, Asylisk finde ich trotzdem auch empfehlenswert. Breedstorm, hast du irgendwie ein Interesse an so einer Story? Ja, in der Story jetzt auf den ersten Blick würde ich sagen, gibt's viele, aber der Zeichen ist natürlich durch die direkte Begegnung in Erlangen ist natürlich immer präsent und das wäre aber eher was, wo ich nicht zu Einzelheften greifen würde, sondern zu einem gesammelten Band, wenn's das irgendwann mal gäbe. Patrick, bisschen Mystery, bisschen Horror, was für dich? Mir gefällt das Artwork von ihm sehr, aber ich würde da auch erst mal auf den Paperback warten oder eben in diese Witcher-Story lesen, weil im Witcher-Universum bin ich halt durch Witcher 3 und durch die Serie und dadurch, dass ich die Bücher gelesen hab, schon sehr vertraut mit, dass ich mir da wahrscheinlich einen besseren Eindruck vielleicht verschaffen könnte, weil mir gefällt so sein klassischer Zeichenstil schon sehr. Gut, dann war das das Jonas Scharf-Update August 2021. Und wir fangen wieder in der Reihe vorne an mit Andi und Century. So sieht's aus. Ich hab die Hoffnung, dass mein Rechner hier nicht abstürzt bei dieser Besprechung. Heute ist irgendwie der Wurm drin und ihr da draußen kriegt das gar nicht so mit, weil ich das alles schön rausschneide. Großartig, oder? Also heute und jetzt geht's um The Century. Warum geht's eigentlich um The Century? Viel eher sollte ich eigentlich erst mal die Geschichte erzählen, was ich hier heute alles nicht vorstelle, obwohl ich drüber nachgedacht hab. Ich hatte was von Crosscut in der Hand, das hab ich nicht zu Ende lesen können. Ich hab wieder mal Power Rangers gelesen, aber ich wollte euch nicht schon wieder mit Power Rangers nerven. Kann aber sagen, dass der Kyle Higgins Run in meiner Lesereienfolge jetzt durch ist. Der ist eher so semi-gut geendet und jetzt haben die so eine Miniserie nachgeschoben. ist auch nicht so prall. Naja, mal gucken. Also das mal kurz Abstand her dazu. Aber ich habe, nachdem irgendwie die What-If-Serie von Marvel, war's glaube ich, angekündigt worden, ist irgendwo ein Bild gesehen von einem Superhelden namens The Century. Und The Century, den kannte ich irgendwie so gar nicht, beziehungsweise nur in Teilen, denn ich hab irgendwann diese, Gott, wie hieß denn diese Reihe von diese Avengers, das letzte große Avengers Run war von Higgins, heißt der. Heißt der Higgins, Patrick, du weißt das, oder? Ja, ja, der heißt Higgins. Ich bin dem Century bisher auch nur bei World War Hulk über den Weg gelaufen, hatte er eine sehr wichtige Rolle. Naja, auf jeden Fall habe ich dann dieses Bild gesehen und hatte da auch nur so ganz marginale Kenntnisse davon, was der eigentlich so die ganze Zeit macht und was der kann. Und da habe ich mir gedacht, hey, du zahlst jedes Jahr, 70, 74, 80 Dollar für Marvel Unlimited, benutzt es mal. Ist relativ empfehlenswert, weil man da nämlich für, ja offensichtlich zumindest Geld, das irgendwo in dem Rahmen ist, quasi eine absolute Flatrate kriegt für alles Englischsprachige von Marvel, was älter ist als ein halbes Jahr. Damit ist man für 70 bis 80 Dollar immer auf dem Stand der deutschen Marvel Comics. Kann ich also an der Stelle echt mal empfehlen. Die haben auch diesen Guided View, den es bei Comixology gibt und so habe ich dann einfach mal geguckt, okay, was gibt es denn zu The Century? Und das war tatsächlich eine ganze Menge und dann schaute mich da eine Serie an, die geschrieben wird von Paul Jenkins, auch kein Unbekannter, im Superhelden-Genre und vor allem gezeichnet von Jer Lee. Und Jer Lee kenne ich vor allem von seinen Einzelartworks, auch von DC oder für DC hat er viel gemacht. Er hat auch bei den X-Men beziehungsweise bei Wolverine schon einiges gemacht und viele, viele weitere Dinge, also auch kein Unbekannter. Ich finde sein Artwork ganz toll und habe mir gedacht, ey, The Century, es geht bei 1 los, eine Miniserie, insgesamt 5 Ausgaben aus dem Jahr 2000, da guckst du mal rein und boah, es war nicht nur geil, also das muss ich ganz direkt sagen, das ist so ein bisschen auch die Nachtlektüre gewesen für mich, die ich mir immer abends dann gegeben habe vor dem Zu-Bett-Gehen und wenigstens auf dem Handy gelesen und so, das muss man halt irgendwie auch wollen, aber eigentlich habe ich gehofft, ich kriege hier so ein bisschen Hau-Drauf-Action-Gekloppe, vielleicht ein bisschen episch, vielleicht ein bisschen Superman im Marvel-Universum, aber eigentlich habe ich das nicht bekommen. Wie geht das Ganze los? Das Ganze geht los, indem wir jemanden kennenlernen namens Bob Reynolds. Ich weiß nicht, ob Bob Reynolds sowie Peter Parker auch sonst das quasi alter Ego ist von The Century, aber aus irgendeinem Grund ist dieser Bob Reynolds irgendwie 30 Pfund zu schwer, trinkt ganz gern einen über den Durst, ist ein bisschen verwahrlost und glaubt sich zu erinnern, dass er eventuell The Century war. Damit geht's los und das kann man gleich mal sagen, ist vielleicht nicht sonderlich einstiegsgeeignet, diese Reihe, die offensichtlich gewisse Vorkenntnisse voraussetzt, was für Vorkenntnisse das sind und warum diese Figur offensichtlich The Century ist, sich aber irgendwie nicht daran erinnert, darum geht's hier in dieser Miniserie, die übrigens auch super abrupt einfach endet und dann geht's weiter mit The Century Reborn, auch wieder geschrieben von Paul Jenkins, aber gezeichnet von dem John Romer Nita Junior, den wir auch kennen von, keine Ahnung, diversen Dingen, unter anderem Spider-Man hat der gemacht und so. Kick-Ass. Kick-Ass, ja, aber ganz im Ernst, gerade das sieht wirklich aus wie das, was er wenige Jahre später bei Superman nochmal abgeliefert hat und das ist nicht seine beste Arbeit gewesen. Nun gut, also offensichtlich wird Century im Laufe der Miniserie, die ich jetzt hier vorstellen möchte, wiedergeboren und eigentlich passiert in diesen fünf Heften auch nicht, sondern nicht viel. Er erinnert sich immer in einem gewissen Rahmen daran, dass er das Century war, weiß aber auch nicht so genau, warum er das eigentlich nicht mehr weiß und warum er keine Kräfte mehr hat und deswegen klappert er Stück für Stück verschiedene Superhelden ab. Da sind dabei die Fantastic Four, insbesondere Reed Richards, der wohl sowas wie sein bester Freund anscheinend ist, da sind die X-Men dabei, insbesondere der Dr. Xavier irgendwas, dann Spider-Man, Hulk natürlich auch, du hattest gemeint, es gibt da wohl auch eine Story mit Hulk und die klappert er so ab, teilweise erinnern die sich an ihn, teilweise erinnern die sich nicht an ihn, teilweise muss er sie dazu nötigen, sich an ihn zu erinnern und so und es gibt letztlich auch einen Grund dafür, dass diese Personen sich nicht mehr an ihn erinnern. Da hat Dr. Strange auch irgendwie einen Anteil dran und es geht letztlich darum, dass der Sentry anscheinend so eine Art bösen Zwilling hat irgendwie in sich drinnen, so eine Art Parallel oder Duplikat von ihm in Böse, nämlich The Void und währenddessen der Sentry eher so der strahlende goldene Superheld zu sein scheint, der wirklich letztlich eins zu eins Superman wohl ist, auch wenn wir seine Fähigkeiten hier nahezu gar nicht gezeigt bekommen, außer er kann so ein bisschen fliegen, aber das war es dann auch schon und er hat irgendwie so ein Tower, Watchtower heißt der, das ist so eine Art äh, Gebrüstung, äh, nicht Rüstung, äh, Palast der Einsamkeit von Superman nur eben im Himmel. Das ist ein Satellit, mit dem er quasi die Erde beobachtet. Ne? Und so, also letztlich auf jeden Fall eins zu eins ein Superman-Klon und ähm, also das sehen wir alles so, aber es gibt keinen Kampf, er klappert die alle ab und The Void kommt irgendwie wieder. Warum The Void wiederkommt, was genau The Void ist und so, das sind Dinge, die werden künstlich in die Länge gezogen und nicht geklärt innerhalb dieser fünf Hefte. Das ist relativ enttäuschend, weil es irgendwie auch nicht zu Potte kommt. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, Paul Jenkins wollte hier so bis zum Schluss das große Finale vorbereiten und dann kriegen wir das große Finale, in dem ja hofft so Superhelden-Stories dann auch eskalieren, gar nicht gezeigt, weil das dann eben erst in der nächsten Miniserie passiert. Das ist schon sehr enttäuschend und hat dafür gesorgt, dass ich auf jeden Fall nicht den coolen, fluffigen, kurzweiligen Superhelden-Comic bekommen hab, den ich eigentlich erwartet habe. Das Ganze ist ja gezeichnet von Jelly und den mag ich. Also ich find das sau cool, was der macht. Ich hab hier und hin und wieder auf meinem Arbeitsrechner zum Beispiel einen Avatar, ja, eingestellt von eben der Zeichnung von ihm und so. Ich find das alles ganz toll, aber offensichtlich funktioniert das für mich mehr in Stills, in Artworks, in Dingen, die nicht irgendwie in Panelform gepresst werden, weil da muss ich sagen, hat mir vieles von dem, was ich gesehen hab, nicht gefallen. Es ist dieser bisschen ruffe, bisschen, ja, eigene Stil mit großen, schwarzen Flächen, den J. Lee so hat. Da gibt's auch schöne Dinge, aber so insgesamt hat das für mich für eine fortlaufende Geschichte also in Panels nicht so gut funktioniert. Ganz interessant ist es, dass es immer wieder Rückblicke gibt, also in Teilen erinnert sich The Sentry aka Bob Reynolds schon irgendwie an seine Vergangenheit und an Dinge, die passiert sind und im Laufe der Handlung auch, warum er ja quasi vergessen wurde, vergessen werden sollte und so und diese Darstellung der Vergangenheit, diese Rückblenden, da gibt's eine andere Kolo. Das ist ganz cool. Ist halt so nett, aber haben wir auch in anderen Comics schon gesehen. Also nix, was jetzt irgendwie besonders neu wäre, will ich aber der Vollständigkeit halber erwähnt haben und so ist für mich The Sentry mit fünf Ausgaben insgesamt trotzdem mindestens drei Ausgaben zu lang, weil die komplette Handlung wirklich sehr dünn ist. Das Artware konnte mich nicht begeistern und die sehr pseudo-philosophischen, pseudo-bedeutungsschwangeren Monologe und Dialoge, die er da führt, sind irgendwie nicht so geil. Die Fragen und Probleme und die was könnte sein Mystery-Elemente sind irgendwie finde ich völlig also unnötig und machen es insgesamt für mich, war das jetzt nicht die schönste Leseerfahrung und jetzt muss ich sagen, ich habe auch irgendwie kein Interesse dran, mir die Arbeit von John Ruminita Jr. in der Folgeserie anzugucken und glaube ich, wenn ich von The Sentry nochmal was lesen möchte, muss ich mir da was ganz anderes nehmen. Es gibt dann noch eine 2018er Serie, in die werde ich glaube ich nochmal reingucken, aber leider aber sicher kann ich die Miniserie aus 2000 überhaupt nicht empfehlen. Yo, das war mein Ausflug zu The Sentry und yo, ich weiß, Breedstorm, du hast schon eine Menge Marvel gelesen, auch vor Jahren schon, war die Figur Sentry irgendeine, mit der du mehr anfangen kannst? Ja, ich war erst mal skeptisch seiner Zeit, als ich die Panini-Ausgabe gelesen habe, weil ich mit Redcons nicht so viel anfangen konnte und das ist ja, wie gesagt, ein klassischer Redcon, wo reinerzählt wird, warum und weshalb er damals im Silver Age nicht Erwähnung findet in den Geschichten, die man davon kennt, und ich mochte das aber gerade wegen Jay Lee sehr, wobei man natürlich bedenken muss, das ist jetzt schon wieder fast 20 Jahre her, da hatte ich gerade wieder so halbwegs den Einstieg in den Comic gefasst, da war ich sehr leicht natürlich auch zu begeistern, es wäre natürlich interessant zu sehen, wie das heute auf mich wirken würde, aber damals fand ich das gerade von der Stimmung her sehr schön gemacht, aber wie gesagt, Jay Lee funktioniert immer bei mir, wie zum Beispiel bei Dunklen Turm oder so, kann ich immer sehr gut lesen. Du hast ja vor kurzem auch Thor gelesen, Andi, und übrigens bei Thor werde ich weiterlesen, ich habe auch gesehen mit Marvel Unlimited, du hast die ja auch gelesen in den aktuellen Ausgaben, geht es auch weiter und da werde ich vielleicht in einer der nächsten Ausgaben dann die Folgenbände mal besprechen, mal gucken. Ist The Sentry irgendeine Figur, die für dich interessant klingt? Ich habe da ja überhaupt keine Verbindung dazu, also ich bin ja kein großer Marvel-Kenner, die Figur The Sentry ist mir unbekannt, also ich kenne den Namen, das war es dann auch schon, ich habe gerade mal geguckt, wie der überhaupt ausschaut, also ich hätte die Figur nicht erkannt, ich weiß nichts über diese Figur, von daher, du hast es jetzt nicht gerade angepriesen, Jay Lee, ich bin mir nicht sicher, ob ich von ihm, also irgendwas habe ich von ihm glaube ich schon mal gelesen, irgendwie so ein Grant Morrison-X-Men-Heft oder irgendwie sowas, mal so ein zwischendurch Ding, und ich kenne seine Zeichnungen, ich glaube ich, er kenne seine Zeichnungen auch, aber ich habe jetzt auch keine echte Erfahrung dazu, wie ich ihn finde, wenn man tatsächlich Sequenzielles von ihm liest, aber ich kenne das Phänomen, das du beschrieben hast, dass ich Zeichner kenne, also Jock ist für mich so einer zum Beispiel, den ich einen hervorragenden Illustrator finde, aber wenn es dann wirklich um Seiten geht, um sequenzielles Erzählen, habe ich gerne mal Schwierigkeiten mit ihm, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel von ihm gelesen, aber das bisschen, was ich von ihm gelesen habe, hatte ich eben gerne mal so diesen Eindruck, dass ich dachte, ja gut, also als Illustrator mag ich dich lieber, als als Comic-Erzähler, ja, also diese Miniserie wird an mir vorüber gehen. Ja, viele sagen das mit dieser, auch über Alex Ross, den ich persönlich auch ziemlich geil finde, sagen ja auch viele, das würde überhaupt nicht passen für fortlaufende Handlungen, so, ja, es ist ganz interessant, ne, also natürlich ist das eine eben so Stills machen, Bilder machen, das andere ist Geschichten erzählen mit Perspektiven und ja, das ist, glaube ich, ja, tatsächlich gar nicht so einfach, das Problem hat Jonas Scharf nicht. Der kann relativ klar erzählen, das stimmt, ja. Okay. Ganz kurz, Patrick, du hattest gemeint, dass du ihn noch kennst aus irgendwas mit Hulk. World War Hulk, da ist er aufgetreten, da hat er auch eine nicht unbedeutende Nebenrolle, sagen wir es so, ich werde mich auch mal ein bisschen schon allein wegen einem gewissen Marvel-Cast vielleicht mal mit dem Charakter befassen, weil ich da auch quasi jetzt Bildungslücken habe, kann aber auch zu Jay Lee sagen, ich habe seine Dark Tower-Reihe gelesen und ich habe auch die Reihe von Stephen King gelesen und da ist mir auch aufgefallen, dass, also ich habe die Stephen King-Reihe verschlungen und bei dieser Dark Tower-Comic-Reihe hatte ich irgendwie, auch wenn mir das Artwork gefallen hatte, irgendwie so eine distanzierte Kühlheit. Also ich weiß nicht, ich konnte da nicht zu 100 Prozent connecten, obwohl ich dieses Ausgangsmaterial eigentlich sehr mag. Das Problem hatte ich mit Jay Lee. Und ich weiß noch, wir haben im Vorfeld, ich glaube am Samstag drüber geredet, ob du mal einen Comic vorstellst, wo du nicht wirklich so euphorisch bist und dann habe ich gesagt, klar, gehört irgendwie dazu, jetzt weiß ich, was du damit meintest. Jay Lee ist immer, da floppen bei mir immer die Inhumans in den Kopf, weil das, da habe ich seinen Namen das erste Mal mitbekommen, als er die Inhumans gezeichnet hat, als dieses Marvel Knights Imprint, das Pamiotti und Quesada damals irgendwie gemacht haben. Ich glaube, das hieß Marvel Knights, wo sie auch den Punisher neu gemacht haben und so, also die erste Garth Ennis Punisher-Reihe und all den Kram, da gab es auch noch. Und Marvel Max, das gab es auch noch. Ja, Max kam später, vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen zusammengeworfen, aber Max kam dann später noch. Halberinnerungen aufwärmen ist immer keine besonders gute Idee. Jedenfalls gab es da mal so eine Inhumans-Reihe, und da habe ich Jay Lee das erste Mal irgendwie wahrgenommen als Name und fand es auch optisch interessant, aber gelesen habe ich es auch nicht, deswegen ist es jetzt auch nicht sinnvoll, darüber zu reden. Breedstorm, wer bezahlt für Sex? Frivoles Kichern im Hintergrund für Patrick, naja, jedenfalls, jedenfalls für Sex bezahlt Chester Brown, den wir ja schon mehrfach besprochen haben, hier in dem Podcast, einer der bekannteren kanadischen Zeichner und Kumpel von dem vom Andi geschätzten Seth oder auch von Jomet. Mad. Das sind so drei Leute, die zumindest, wenn man ihren Comic-Glauben schenken darf, sich immer mal wieder treffen und über ihr Leben reden und das genau passiert auch in diesem Band. Als erstes hatte ich ja I Never Liked You vorgestellt, im Deutschen als Fuck veröffentlicht, ein Band aus der Schulzeit von Chester Brown, wo er ja, schon erste Züge zeigt, dass er ein bisschen merkwürdig so durchgegen, also er flucht nicht, obwohl alle wollen, dass er flucht und ihn verprügeln und hoffen, dass er flucht und in dem Band geht es letztendlich drum, dass er trotz, dass er eine junge, sehr nette Dame in ihn verliebt ist, sich dann doch für ihre, wie soll ich sagen, weiterentwickelte Freundin entschließt und schon in dem Band war es so ein bisschen unangenehm, das Ganze so zu verfolgen, weil man schon sehr sieht, dass er ja doch, wie soll ich das sagen, seinem Trieb mehr Raum gibt als seinen Hirn. Es gibt weitere autobiografische Werke von ihm, es gibt zum Beispiel The Playboy von 1992, das ich mir jetzt bestellt habe, noch nicht gelesen habe, aber darin geht es darum, dass er ja, krankhaft jede Woche den Playboy kaufen muss, aber das vor seiner Freundin verstecken muss, da bin ich sehr gespannt drauf und jetzt nähern wir uns schon ein Werk von 2010, nämlich Paying for It, wie der amerikanische Titel war oder der kanadische und in diesem Band geht es um sein Sexualleben, denn Chester Brown hat irgendwann beschlossen, dass er das mit den Beziehungen nicht mehr so braucht in seinem Leben und zwar war das der Moment, wo seine Freundin ihm gesagt hat, ja, ich liebe da jemanden anderen, eigentlich möchte ich aber trotzdem noch weiter hier wohnen und da sie, kommt ihm ein bisschen komisch vor, aber irgendwie akzeptiert er das dann, dass sich seine Freundin in anderen Typen, einen Drummer übrigens, verliebt hat. Nicht der Bassist. Wer will schon den Bassisten, das Beste ist es doch, den Schlagzeuger zu, naja, jedenfalls hat er dann die Idee, ja, was wäre denn, wenn ich weiter mit der Dame zusammenwohne, weil ich mag sie ja eigentlich schon noch sehr und ja gut, jetzt fäkelt halt das Sexuelle weg. Das Ganze potenziert sich dann in dem Moment, wo sie sagt, ja, es regnet jetzt so ein bisschen, kann denn hier mein Schlagzeugerkumpel, kann der vielleicht mal hier übernachten und es schleicht sich dann so ein, dass seine Freundin oder ja, irgendwie ist es ja noch, mit dem in ihre gemeinsamen Wohnung einzieht, was ich schon sehr überraschend finde, dass er da sagt, naja, ich mag es ja eigentlich ganz gern und er ist ja auch ein netter Typ und mich stört das ja nicht. Er beteiligt sich da auch an keinerlei sexuellen Aktivitäten, falls jetzt auf die Idee kommt, dass da, ja, so eine Art Interessengemeinschaft vielleicht gebildet wird, soll ja vorkommen und, sondern er kommt irgendwann auf den anderen Trip und sagt, also ich bin jetzt komplett von dieser Beziehungsscheiße weg, das ist mir alles zu anstrengend, die Frauen nerven mich mit ihrem Gerede, mit ihren Ansprüchen und so weiter, also, ja, ich möchte einfach von weg, aber Sex finde ich schon irgendwie noch gut und deswegen und deswegen entschließt er sich irgendwann tatsächlich zu einer Prostituierten zu gehen und man erlebt das dann halt sehr hautnah mit, also teilweise bis zum Akt, aber in dem Band geht es eigentlich mehr um das ganze Vorgeplänkel und das Drumherum, was da ist, weil am Anfang ist ihm das noch so ein bisschen unangenehm und er überlegt sich, ah, was passiert da jetzt und werde ich jetzt von irgendwem abgerippt, wenn ich da jetzt hingehe und wie wird es überhaupt ablaufen, aber es ist tatsächlich dann so, also er kommt dann auf den Geschmack und sofern er sich das leisten kann, gönnt er sich das, also wie andere vielleicht, keine Ahnung, in die Sauna gehen, Comics kaufen, ja, Comics kaufen, mit deiner Time-Massage, ja, aha, jedenfalls geht er dann regelmäßig zu Prostituierten, wann immer er sich das leisten kann und wir sind immer Zeuge seiner Gedanken dabei und es ist schon manchmal ein bisschen weird, was er sich dabei alles für Vorstellungen macht, also es sind sowohl kaufmännische Abwägungen, wenn ich zu der etwas hässlicheren, die mir etwas weniger gefällt, zweimal gehen kann, ist es besser, als wenn ich zu derjenigen, die ich richtig gut gehe, einmal gehen kann, also es ist schon sehr, sehr Abwägungen und teilweise überlegt er sich das natürlich auch, was die Körperlichkeiten der Prostituierten betrifft, ja, also das sind natürlich faszinierende Gedankengänge, die sich einem nicht jeden Tag stellen. Hinten auf dem Band steht in dem Sinne, ja, man kann das Ganze verfolgen, ohne dass man das Ganze gutheißen muss und das kann ich hundertprozentig unterschreiben, aber für mich verbindet sich beim Sex gegenseitige Anziehung und das ist bei Prostitution ja nicht unbedingt gegeben oder wahrscheinlich in den wenigsten Fällen überhaupt gegeben, wie ich mir das vorstelle und deswegen war es sehr interessant, die Gesankenwelt eines regelmäßigen Puffgängers, wie er sich auch bezeichnet, einzudringen. es geht sogar so weit, dass er dann über die Jahre hinweg natürlich sehr viele Besuche bei Frauen hat, unterschiedliche, die er auch immer so vergleicht und es endet dann letztendlich erzähltechnisch auch in so einem Bereich, wo er mit einer ehemaligen Prostituierten halt immer noch für Geld verkehrt, obwohl diese eigentlich längst keine Prostituierte ist. Also er scheint, er hat sowas wie eine Art einzelne Beziehung mit ihr, wo er halt für bezahlt, aber sie hat auch sonst keinen anderen Typen. Also es ist alles ein bisschen sehr, sehr strange in diesem Band und ja, ist das was für jeden? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eher sehr speziell. Das ist wirklich speziell. Also erst mal zeichnerisch. Zeichnet er teilweise sehr reduziert. Er zeichnet natürlich vornehmlich sich selber, um ihn sich selbst geht es ja auch und er hat da nicht viele abwechslungsreiche Momente drin. Also es sind viele ja Talking Heads halt einfach, wo er sich zum Beispiel mit Seth oder Jomet unterhält, die dann natürlich sagen, hier, was machst du da? Hältst du das? Such dir doch mal eine Freundin. Wär doch mal seriös und so weiter und so fort. Und von ihm gibt es da tatsächlich nur einen Gesichtsausdruck. Das ist er mit einem sehr, sehr dünnen, fast skelettartigen Gesicht, der Halbglatze und der Brille. Und er lächelt weder noch guckt er besonders böse, sondern er guckt halt in die Gegend. Also das ist diese Zeichnung, wenn ich eine halbe Stunde üben würde, könnte selbst ich wahrscheinlich einen Chester Brown Kopf malen. Das muss ich jetzt mal sagen, aber hier geht es um die Erzähltechnik von ihm. Und die ist wirklich sehr gut. Das hat mich sehr angesprochen, wie tief er einen in seinen doch etwas, ja zumindest für mich jetzt sehr ungewöhnlichen Gedankengang eindringen lässt. Das war schon spannend. Es gibt auch umfangreich ein Vorwort von Robert Crump, der ja auch immer so ein bisschen, sag ich mal so, wie soll ich das sagen, die Schmuddelegge so ein bisschen bedient und den ausdrücklich lobt. Und es gibt natürlich noch ein Nachwort, wo er seine Gedanken auch zu dem Band erklärt. Eine Sache hat mich den ganzen Band angefuchst, weil ich dachte, okay, er hat jetzt hier unglaublich viele Frauen, ich kann die gar nicht mehr auseinanderhalten und die sehen doch alle sehr gleich aus. Also es sind alle meistens, sag ich mal, sieht aus wie Europäerinnen mit dunklen Haaren und das Einzige, was variiert, ist die Körperfülle von sehr schmal zu sehr füllig. Also da wird er dann schon detailliert und zeichnet auch mal eine Orangenhaut oder sowas. Das wird wiedergegeben, aber an sich sehen die alle gleich aus und das hat er dann tatsächlich noch im Nachwort erläutert, dass er sagt, er wollte jetzt einzelne Frauen nicht bloßstellen, er hat ihnen auch andere Namen gegeben und wollte da jetzt nicht, sag ich mal, dass man bestimmte Leute aufgrund ihrer Figur, Frisur und wo die vielleicht zu der Zeit gelebt haben, also ist er gern um Toronto rum unterwegs, wollte er, dass die nicht zu identifizieren sind und das ist ihm halt auch gelungen, außer seine Freundin beziehungsweise später dann Ex-Freundin, die, denke ich, die fünf Freunde schon zuordnen können. Und ja, wer immer mal einen Einblick in diese Gedankenwelt auf eine erzähltechnisch sehr interessante Art und Weise haben wollte, der ist da, glaube ich, sehr gut mit bedient. Aber es ist halt kein optisches Ding wie Jonas Scharf, den du in die Hand drückst und sagst, hier, guck mal, sieht geil aus, schon das Cover allein besteht aus einem Panel, das ist nicht besonders gut gelungen, die Farbgebelung finde ich dafür auch gruselig, es wirkt halt auch, als wäre es irgendwann aus den frühen 90ern, ist aber tatsächlich in Deutschland dann auch in 2010 dann irgendwann dann erschienen und ja, es geht um die Geschichte und nicht um das Ganze drumrum und wenn man natürlich wie der Andi dann die anderen Protagonisten, äh, Protagonisten würde ich es nicht nennen, Randfiguren wie Seth oder Joe Matt dann noch kennt und zuordnen kann und auch weiß, wie die sich darstellen, also Seth natürlich immer gern mit seinem Hut, dann macht das noch einen besonderen Reiz aus an dem Band. Also ich, wenn ich von euch einschätzen würde, würde ich sagen, jo, Andi wird's wahrscheinlich gefallen und, ja, je nachdem, wie interessiert ihr an Verrückten oder sagen wir mal an seltsamen Gedanken von jemandem hat, der bekennender Puffgänger ist, dann vielleicht auch dem Rest. Ja, Britsum und ich haben uns ja schon mal ein bisschen ausgetauscht, auch so hinter den Kulissen, gerade zu diesem Seth-Joe-Matt-Thema und ich habe ja immer noch nichts von Joe Matt gelesen. Ich erinnere mich, als Paying For It damals rauskam, das wurde auch viel besprochen, zumindest in meiner Wahrnehmung, wahrscheinlich mehr so in der amerikanischen Comic-Presse damals oder in der nordamerikanischen, ist ja ein kanadischer Comic. Aber mich hat es damals nicht interessiert, also thematisch hat es mich damals nicht angesprochen, als es rauskam. Ich glaube, da war ich einfach in einer Phase, wo mich das thematisch, wie gesagt, einfach eher abgestoßen ist, vielleicht zu viel gesagt, aber ja, ich wollte einfach nicht. Aber mittlerweile würde ich sagen, ja, fände ich es tatsächlich spannend und interessant und irgendwie muss ich Joe Matt wahrscheinlich auch mal nachholen und ja, vielleicht ist Paying For It ja mal so der Band, den ich dann mal hernehme. Du hast jetzt gerade über die miese Kolorierung gesprochen, aber innen ist Schwarz-Weiß, oder? Du hast jetzt nur vom Cover gesprochen, oder? Ja, ich glaube, er macht nur Schwarz-Weiß-Zeitung in anderen Böden auch. Okay, alles klar. Bei was für einem Verlag erscheint das hier in Deutschland? Ja. Weil das, ich habe mir gerade das Cover rausgesucht und das habe ich ja noch nie gehört. Das erschien auch nicht in Deutschland, dieser Band, also das, I never liked you beziehungsweise Fuck, das erschien bei Jochen Enterprises, aber das hier ist tatsächlich in der Schweiz erschienen und, ähm, Walde und Graf Verlag in Zürich. Okay, das heißt, das ist dann die deutschsprachige Option. Verstehe. Ja, Andi, du hast jetzt anscheinend gerade schon mal kurz drauf geguckt, äh, was, was ist dein Eindruck und von Breedsombs Beschreibung? Ich habe eine Kurz-Doku oder ein Interview über dieses Buch gesehen, bilde ich mir ein und insbesondere, oder war das einfach nur ein Zusammenhang mit einem anderen Werk von Chester Brown oder Robert Crump, weil es hier schon mal eine Rolle gespielt hatte, vielleicht sogar in einer unserer Chatgruppen, in Signal oder Telegram, ich weiß nicht genau und da ging auch irgendwer kurz auf dieses Buch ein, das man ja nicht verwechseln darf mit einem aktuellen Buch, das glaube ich beim Avant Verlag existiert, auch mit einem sehr ähnlichen Thema, wo einer von seinen Erfahrungen mit Prostituierten spricht, glaube ich, will ich jetzt aber auch nicht so viel durcheinander bringen, aber ich bilde mir ein, ich habe hier irgendwie ein Interview mit dem gesehen und das ist auch alles, was ich sagen kann. Ich finde es interessant, ich würde es mir mal irgendwann irgendwie irgendwo geben, aber es ist nicht oben auf meiner Prioritätenliste, ganz ehrlich. Patrick, bist du interessiert an Kanadiern und die für Sex bezahlen? Da ist der Sendungstitel, Kanadier, die für Sex bezahlen. Vom Thema her, beziehungsweise von der Awkwardness her, spricht mich das schon an und sagen wir es mal so, ohne großartig, das zu vertiefen oder zu versteifen, ich habe auch mit Kumpels so ein sehr seltsames Erlebnis in einem Stripclub gehabt, da ist es passiert, dass ein Kumpel dann letztendlich für ein Küsschen und ein bisschen Sackkraulen 105 Euro zahlen musste und damit haben wir ihn halt, ja okay, wir ziehen ihn bis heute damit noch auf, aber mir hat es dieses Erlebnis schon irgendwie sehr, sehr madig gemacht und deswegen würde ich sagen, ja, es hat so eine Awkwardness, die ich nachvollziehen kann, wo ich reinlesen würde, würde es den Band mal billiger geben. So, das war für uns alle jetzt ein bisschen awkward, von daher kommen wir zu Folge 105 von Patricks Berichten über japanische Lovecraft-Adaptionen. Genau. Also, ich bin jetzt, ich weiß nicht, der wievielte Band das der Lovecraft-Adaption ist, aber es ist vermutlich der bekannteste Band Cthulhu's Ruf und das dürfte halt auch wahrscheinlich genau deswegen die meisten Leute ansprechen. Es geht hier um den Professor Johannsen, der kriegt von seinem Mentor, den George M. Angel, eine Kiste als Nachlass. Da befindet sich ein, wie immer für Lovecraft typisch, so ein wirgeschriebenes Tagbuch, das ihn daran zweifeln lässt, ob sein Mentor vielleicht in seinen letzten Tagen den Verstand verloren hat und eine Statue von Cthulhu, die anscheinend ein sehr, sehr seltsames Eigenleben hat und er forscht halt nach, was war mit diesem Professor und dann stößt er da nach und nach auf den Kult von Cthulhu und im Laufe der Story wird dann auch Cthulhu hochbeschworen, was für sehr, sehr opulente Bilder sorgt. Ironischerweise das Bild, wo Cthulhu hinter dem Schiff hinterherjagt, das hat Timo Würz für mich so ikonisch gezeichnet, dass sich das bei mir mehr eingebrannt hat und dass ich da minimal enttäuscht war, dass das nicht ganz so episch daherkam, wie ich es mir erhofft habe, aber es ist trotzdem wahrscheinlich die zugänglichste Story von ihm, die ikonischste und eben würde ich sagen, auch für viele, die sich Cthulhu-Fans schimpfen, obwohl sie nie was von Lovecraft gelesen haben, denen würde ich empfehlen, liest diesen Band, dann wisst ihr zumindest ein bisschen, worüber ihr redet. Also da kenne ich halt wirklich so ein paar Leute, denen habe ich dann manche Cthulhu-Werke geschenkt und danach waren sie damit eher vertraut. Das ist wieder wunderschön, oder? Ja, natürlich ist es ziemlich schön und es trifft halt auch wieder so, es hat so einen leichten Mystery-Einschlag, also es gibt nicht nur diese eine Cthulhu-Statue, es gibt mehrere und im Verlauf der Story wird natürlich aus Versehen Cthulhu hochbeschworen, obwohl er eigentlich so gesehen nur in seinem Haus beziehungsweise in seinen Katakomben vor sich hingeschlummert hat und wie es so üblich ist geweckt wurde. Patrick, du hast ja jetzt schon ein paar von diesen Bänden vorgestellt, sind wir an dem Punkt, wo es eigentlich reicht zu sagen, es ist ein neuer raus, der ist wieder gut oder waren da jetzt auch mal irgendwelche mit dabei, also siehst du Qualitätsunterschiede bei den unterschiedlichen Bänden? Gibt es da welche, die du jetzt mehr hervorheben würdest und manche, die du jetzt nicht so empfehlen würdest oder langt es einfach zu sagen, ja, es ist ein neuer Lovecraft-Manga raus? Ach, ich finde die halt alle auf ihre Art gut, aber die, die ich nicht vorgestellt habe, die fand ich vielleicht dann nicht so vorstellenswert oder eben auf einem ähnlichen Level dieser Der Hund, obwohl er einen Eisner Award bekommen hat, da habe ich irgendwie schon das Gefühl gehabt, dass sich der guter Narbe da ein bisschen eingrooven musste, aber er wächst dann mehr und mehr rein und es gibt durchaus noch Storys, wo ich gespannt bin, also Schatten über Innsmith ist so eine Story, eine meiner Lieblingsstorys, die auch mit der Gondon-Würding-Film bekommen hat, da bin ich noch recht gespannt drauf und ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwann mal eine richtig schöne Manga, äh ne, Anime-Serie kommt, die das vielleicht auch in diesem Schwarz-Weiß-Stil präsentiert. Ich bin froh, dass es einen gibt, der das wirklich für ein Mainstream-Publikum bekannt macht und auch die Schwächen, die Lovecraft hat, hier ein wenig ausmerzt. Gerade in dieser Story gab es halt so einen Aspekt in der Story, die schon rassistisch aufgestoßen ist und die haben sie hier in dem Manga komplett ausgemerzt, so in dem Originalbuch, da hat dieser Hauptcharakter das Gefühl, dass er verflucht ist und des Todes ist, weil ein Südländer ihn angefasst hat. Das ist mir damals, also das stößt mir immer wieder auf, wenn ich daran denke und hier haben sie das halt komplett umschifft. Sehr gut. Will jemand noch irgendwas sagen zu Lovecraft-Manga? Wir hatten den jetzt schon ein paar Mal in der Show, deswegen ist wahrscheinlich von unserer Seite da gar nicht so viel mehr zu zu sagen. Ja, sorry. Nee, es ist ja kein Problem, nur es ist einfach so, ich könnte jetzt wieder sagen, dass ich keinen davon gelesen habe, aber irgendwie interessiert bin und eine japanische Ausgabe im Regal stehen habe. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Jetzt lass ihn ihr Makal Tentakel. Ich möchte dem Patrick auch nicht nehmen, darüber zu reden, nur dass wir einfach nicht wirklich mehr dazu liefern könnten als bei den letzten drei Malen. Was ich jetzt noch hinzufügen kann, ist, dass Cthulhu, das ist eines der wenigen Wesen, die Lovecraft halt ausführlich beschrieben hat, eben weil er davor eine ziemliche Angst hat, also er hatte wirklich ziemliche Angst anscheinend vor Tintenfischen oder vor tentakeligen Wesen. Sonst vieles, was er beschrieben hat, das war unbeschreibbar und dann war das der Fantasie überlassen, aber bei Cthulhu, da wurde er schon sehr spezifisch und hat dieses Monster schon so vorgefertigt geschrieben, dass da bei vielen halt schon direkt ein kollektives Bild ist und das hat gerade diese Story hat nicht umsonst den Cthulhu-Mythos mitgegründet. Das ist ja dieses Missverständnis, dass viele Leute glauben, Lovecraft wäre mit Tentakel gleichzusetzen und dabei ist natürlich eigentlich, dass eigentlich Lovecraftsche Element in den Geschichten ja was ganz anderes. Aber wie du schon gesagt hast, Cthulhu ist natürlich dieses bekannte Wesen und deswegen, wenn Leute Tentakel sehen, dann schreien sie Lovecraft, auch wenn sie nichts von Lovecraft gelesen haben und nicht wissen, worum es eigentlich geht, aber dafür ist es halt einfach zu sehr mittlerweile in die Popkultur eingedrungen und das ist ja bei vielen Sachen so, selbst wenn man das Primärwerk nicht kennt, sekundär ist man halt irgendwie damit vertraut und mag es halt dann irgendwie, sei es von Illustrationen oder von Spielzeug oder aus Spielen, Brettspielen oder Videospielen oder sowas. Wenn man das zum Beispiel eingibt, gibt es auch ikonisch Bilder, da tritt das Cthulhu aus der Höhle raus und das sieht auch sehr ikonisch aus und aktuell sieht es auch so aus, als würden die Game of Thrones Macher sich dem Cthulhu Mythos annehmen. Na gut, ich denke, Lovecraft wird uns so schnell nicht verlassen. Ich bin mal wieder unterwegs auf dem Kreuzzug für den deutschen Unterhaltungscomic, da ist mir irgendwie ein bisschen dran gelegen an guter, gut gemachter Unterhaltung im deutschen Comic und da habe ich aus meinem Regal mal einen etwas älteren Comic gezogen von 2004, Dirt Girl von Naomi Fern erschienen bei Zwerchfell. Naomi Fern, selbstverständlich keine Unbekannte im deutschen Comic, ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile mit dabei, ist damals mit Zuckerfisch erst mal rausgekommen, erschien der erste Band noch bei E. Harper und dann später die Sammelbände bei Zwerchfell auch, ist lange in der Stuttgarter Zeitung erschienen, jetzt aktuell macht sie für den Berliner Tagesspiegel so einen politischen Gagstrip auch schon seit ein paar Jahren jetzt hat und ja, natürlich noch verschiedene andere Sachen zwischendurch gemacht, aber eben auch 2004 diesen einen Band Dirt Girl, von dem ich seit damals immer hoffe, dass es auch irgendwann mal eine Fortsetzung gäbe. Das ist leider nie passiert und ja, meine Hoffnung ist nicht riesig, dass das noch passiert, aber diesen einen Band möchte ich deswegen trotzdem empfehlen. Wie der Name schon so ein bisschen darauf hindeutet, das ist sehr Tank Girl inspiriert, die, der Einfluss von Jamie Hewlett, also der zeichnerische Einfluss von Jamie Hewlett ist hier auch gewollt, ist auch nicht verschwiegen, also es wird auch durchaus darauf hingewiesen, dass das quasi eine Hommage auch an das Werk von Jamie Hewlett ist. Das ist so ein Album, ein kleinformatiges Album, möchte ich sagen, für 44 Seiten oder so, schwarz-weiß in, also man kann Naomi Ferns Stil da durchaus erkennen, aber es ist natürlich trotzdem schon so ein bisschen erwachsener, als es die Zuckerfisch-Comics waren, die zu der Zeit damals eben auch noch mit erschienen. Inhaltlich geht es um Dirt Girl, wie der Name schon sagt, eine etwas raue Person, hat auch immer so eine Mütze auf, die die Augen verdeckt, also auch da, was so Kopfbedeckung angeht, ein bisschen eine Ähnlichkeit zu Tank Girl, es geht um Sex, Drugs und Rock'n'Roll und damit ist der Comic eigentlich quasi auch schon umschrieben, es ist eine Gruppe von Freunden, Dirt Girl da so in der Mitte mit drin und dann gibt es eben noch ein paar Jungs und Mädchen, man geht zu Konzerten, man nimmt Drogen, man trinkt Bier, man hat Sex, der eine will was von der einen, die will aber was von dem anderen und irgendwie so geht es dann rum herum im Kreis und irgendwer hat was mit irgendwem und dann gibt es noch irgendwelche Albträume um einen Gorilla, es ist alles recht rockig und recht punkig und ein bisschen dreckig, also schon auch so ein gewisses Kontrastprogramm zu Zuckerfisch, Naomi Fern, wer vielleicht die die Anthologie Bettgeschichten kennt, die Porno-Comic-Anthologie, die mal bei Zwerchfell erschienen ist, da war Naomi Fern auch eine der Herausgeberinnen an dem Projekt und eine der treibenden Kräfte an dem Projekt, also man sieht, also Naomi Fern hat auch dahingehend Interesse an Comic-Erzählungen, die andere Themen beschreiben als eben jetzt Zuckerfisch oder der andere Zeitungstrip, den sie jetzt gerade macht, wo ich den Namen jetzt gerade nicht weiß, der hat bestimmt einen Namen und ja, Dirt Girl war dann, als das damals rauskam, ich war es auf Comic-Salon damals mitgenommen und ich fand es sehr erfrischend, also ich mag eben auch Jamie Hewlett's Zeichnungen sehr gerne, Tank Girl, so diese ganze Punk-Rockige Angelegenheit, in dem Comic stiefeln sie auch gerne auf Konzerten rum, also diesen ganzen Musik-Touch, der da auch mit drin ist, also man sieht Bands und man liest Lyrics, die so im Hintergrund, im Konzertgemenge, so im Hintergrund der Panels mitgeschrieben sind, so quasi als als der Gesang, so diese, im Vorwort geht es auch so darum, so um die, um die Zeit, wenn man von zu Hause ausgezogen ist und in irgendwelchen WGs wohnt und ist erstmal vielleicht in einer anderen Stadt und mit anderen Leuten und sich austobt und auslebt und dieses Gefühl beschreibt dieser Comic eben auch. Wir haben jetzt Vorbereitung für die Folge eben wieder gelesen, ich war es zeichnerisch total gerne, wie gesagt, schwarz-weiß, aber in einem sehr, sehr schönen Stil, ich war schon immer großer Fan von Naomi Ferns Zeichenstil, erzählerisch ist es einfach ein wilder Ritt, ein Abenteuer, es endet irgendwie, also es ist, die Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren sind jetzt nicht aufgelöst oder nicht geklärt, also da wäre durchaus Potenzial, die Geschichten, die Charaktere noch weiter zu erzählen, ich glaube mich zu erinnern, dass Naomi Fern zu mir damals auch gesagt hat, dass es potenziell auch weitergehen würde oder weitergehen könnte, aber wie gesagt, das ist es dann leider nie. Diese Ausgabe, die ich damals beim Comics-Salon mitgenommen hatte, kam auch noch quasi mit einem Gimmick, wo wir es ja vorhin schon bei Gimmicks hatten, denn auf dem Cover des Comics, es ist mittlerweile abgefallen, es klebt nicht mehr, war noch so ein kleines Drogendüttler nämlich mit drauf, noch so ein paar Acid-Pappen oder was auch immer, also die leben hier auch noch, ich habe nie ausprobiert, die zu schlucken, ob da irgendwas passiert, ich vermute eher nicht, aber es wirkte ganz nett so, ich war auch neulich sehr erfreut, weil ich dachte, ich hätte dieses Tütchen verloren, weil wie gesagt, der Kleber hat sich einfach irgendwann aufgelöst und als ich dann reingeschaut habe, habe ich festgestellt, ich habe es einfach nur in den Comic reingelegt, also das Tütchen ist nicht verloren, gegangen, es lebt noch, ich gehe davon aus, Naomi Fern ist euch ein Begriff, ich würde mich wundern, wenn nicht, Andi, hast du von diesem Comic schon mal gehört? Ne, noch nicht, aber natürlich von Naomi Fern eben wegen ihres Tagesspiegelstrips und natürlich auch ihrem Auftritt beim Comic Talk, das waren so Sachen, wo ich auf jeden Fall auch so ein bisschen mehr Zuordnung habe seitdem und das erste, was ich mich ja gefragt habe, ist, okay, Dirt Girl, wie gut fändest du denn ein Crossover mit Nerd Girl? Der Reim bietet sich natürlich an, also ein bisschen dieser angedeutete Reim, Sarah Borini und Naomi Fern kennen sich natürlich auch, ja, ich wäre dabei, also auch Sarah Borinis Stil mag ich natürlich sehr gerne, Nerd Girl ist auch eine coole Figur, ich glaube, da ist Potenzial, also wenn die die nerdige Superheldin auf die auf die runtergerockte alle Leute anmaulende schreiende Drogen nehmende Dirt Girl trifft, ich glaube, da könnten zwei Welten aufeinander prallen, ja. Also das, den Vorschlag geben wir jetzt da raus, Comic Cookies presents Nerd Girl meets Dirt Girl, der Ball liegt jetzt bei Frau Fern und Frau Borini. Guter, guter Hinweis an ihr habt jetzt zuerst gehört. Patrick, hast du Sachen von Romy Fern gelesen, kennst du Dirt Girl? Dirt Girl kenne ich leider nicht, wird sich vermutlich bald ändern, ich kenne sie aber auch, also ich habe sie ein paar Mal gesehen und sie war sehr sympathisch, was man nicht vergessen darf, ist, dass sie auch musikalisch sehr affin ist, also sie hat für die ersten Folgen von Comic Talk da auch diese Hintergrundmelodie komponiert und und ich habe von ihr auch ein paar signierte Bezeichnungen versehene Zuckerfisch-Alben. Also das war wirklich in einer ähnlichen Schiene wie zum Beispiel Das Leben ist kein Ponyhof von Sarah Burini, also ein Crossover wird sich echt anbieten und das ist halt wirklich so lockerflockige Unterhaltung von ihr, die man auch abends total erschöpft lesen kann, die halt lockerflockig ist und Spaß macht. Ganz lustig, also Zuckerfisch war ja auch autobiografisch, also viele Figuren, die in dem Strip aufgetaucht sind, waren echte Menschen aus dem Leben von Naomi Fern und ich hatte mal einen Kollegen, mit dem ich im Kino gearbeitet habe und den habe ich ein paar Jahre später nach unserer gemeinsamen Arbeit dann mal wieder getroffen und habe mit ihm irgendwie auch darüber gesprochen und der war eben auch so aus der Stuttgarter Ecke und der kannte dann wiederum auch ein, zwei Menschen aus diesem Strip und sagte mir dann eben auch so, ja, ja, die sind wirklich so, das sind die echten Menschen in diesem Strip so und das ist alles recht, recht real, ja. Breedstorm, Dirt Girl, Naomi Fern, was ist dein Zugang? Ja, ich habe das gekauft, als ich irgendwann alle Zuckerfische hatte. Die Serie hat ja leider geendet irgendwann, weil die Stuttgarter Zeitung, glaube ich, das nicht mehr rausbringen wollte, immer noch ein großes, großes Verbrechen, dass das nicht weiterging. Es gibt zwar jetzt die Berliner Schnuppen, die sie rausbringt in Berlin, aber da das nicht so, ja, pseudobiografisch ist wie Zuckerfisch, ist es, glaube ich, eher interessant, wenn man sich für Berliner Lokalpolitik und so interessiert und ähnlich, ähnlich wie, die andere Dame, die du erwähnt hast. Sarah Burini? Sarah Burini, genau mit ihrem pseudobiografischen Comic sind das für mich immer noch die Hauptwerke, weil ich mich da am meisten reinfühlen kann und, ja, das macht einfach Spaß. Also, Dirt Girl habe ich auch, aber das hat leider das Level nicht erreicht. Was das Level dann natürlich doch erreicht hat, ist die von Patrick erwähnte Musik. Sticky Biscuits macht sie ja mit ihrem Lebensgefährten oder Mann, weiß ich jetzt nicht. und ich war mal beruflich in Berlin und just an diesem Abend sind die aufgetreten in Berlin und da musste ich natürlich hin. Das war dann in so einem, ja, ja, eine Mischung zwischen Club und Abrisshaus, würde ich mal sagen, aber es war ein sehr geiles Konzert, hat echt Spaß gemacht. die Sticky Biscuits, weil sie da ja dem Wortewitz, den wir auch manchmal bei Zuckerfisch tatsächlich finden, darüber ausreizen kann, dass es einfach auch sehr bösartig ist und sehr, sehr, ja, sehr, sehr dreckige Sachen auch beinhaltet, was sie da erzählt. Also, wenn ihr euch zum Beispiel das Lied Sock Puppet mal anguckt, guckt euch das einfach mal an. Das macht einfach Spaß. Ungoogleable You war ein Lied, das ich sehr, sehr gut fand damals auch. Ich weiß jetzt nicht, ob das aus dem Sticky Biscuits Projekt war oder von ihr Solo. Also, sie hat ja eine Zeit lang auch so eine Impro-Theatergruppe auch gemacht und verschiedene Musiksachen auch und so und ja, da sind sehr, sehr witzige Texte auch dabei entstanden. Ich bin mir, ehrlich gesagt, nicht sicher, ob es diese Formation noch so gibt, die du gerade angesprochen hast, sowohl musikalisch als auch privat. Also, ich bin da natürlich jetzt auch nur über Social Media irgendwie drin, aber ich glaube, diese Konstellationen existieren so nicht mehr. Aber weiß ich nicht so genau. Ja, ich finde auch, also Berliner Stuppen, wie du es gerade erwähnt hast, da bin ich nicht tief genug drin in der Berliner Lokalpolitik. Also, da stehe ich auch mal so ein bisschen davor und denke mir, ja, das sieht nett aus, das ist bestimmt auch gut gemacht und so, aber irgendwie bleibe ich nicht dabei, weil ich da nicht nah genug dran bin an dem, was da beschrieben wird. Also, das jetzt im Vergleich zu Stritz zum Beispiel von Volker Reiche damals, das sich halt auch mit Bundespolitik beschäftigt hat, das habe ich sehr gerne gelesen und da konnte ich auch was mit anfangen. Von daher finde ich es auch immer sehr, sehr schade. Also, ich würde gerne viel mehr von Naomi Fern auch wieder lesen und sehen, aber Berliner Schnuppen ist, da bin ich einfach zu weit weg von Berlin, um da so richtig drin zu sein. Vielleicht muss ich das einfach regelmäßig lesen und dann kommt man vielleicht auch rein, keine Ahnung. Ja, aber das wäre jedenfalls auch wieder mein Aufruf, Dirt Girl, wenn ihr das, ich weiß nicht, ob es noch irgendwo regulär zu haben ist oder ob es nur noch irgendwie so auf dem Sekundärmarkt zu kriegen ist, bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Irgendwo kriegt man es auf jeden Fall her. Im großen A kriegst du so ein paar Restexemplare halt gebraucht, aber für ein kleines Geld. Ja, also Originalausgabe waren 10 Euro. Irgendwo kriegt man es bestimmt her und vielleicht hat es auch noch der ein oder andere Händler noch im Regal, also die, die es seit damals noch haben, sowas gibt es ja auch gerne mal. Wäre jedenfalls meine Empfehlung für eine Wiederentdeckung oder Neuentdeckung von einer Zeichnerin, die ja doch eigentlich auf dem deutschen Markt, würde ich sagen, eine der der bekannten Namen eben auch ist. Wunderbar. Dann haben wir hier die Runde wieder geschafft. Hat noch irgendwer irgendwas, was er loswerden möchte in dieser Episode? Mir ist gerade aufgefallen, wo wir am Anfang von den Anthologien geredet haben, dass T3, also der Comic Shop, quasi mein Stammcomic Shop, der nicht nur mit mir Geburtstag hat, der bringt in unregelmäßigen Abständen auch so eine Anthologie-Reihe Wetz Entertainment raus. Also wer da in Frankfurter Umgebung wohnt, kann ja gerne mal beim T3 vorbeischauen und mal fragen, ob die da vielleicht noch Arrestexemplare haben, weil letztes Jahr war das 25-jährige Jubiläum und da hatten sie auch nochmal so eine kostenlose Anthologie-Ausgabe rausgebracht dazu. Alles klar. Dann war das nochmal ein Hinweis für Menschen, die in oder nach Frankfurt reisen oder dort sind. Dann sage ich vielen Dank in die Runde, vielen Dank an alle Zuhörenden. Wieder natürlich auch der Hinweis, meldet euch gerne mit Feedback, mit Anregungen, mit Vorschlägen, mit Empfehlungen, mit euren Meinungen zu Comics, die wir vorgestellt haben, über unsere verschiedenen Kanäle. Wir sind quasi auf allen wichtigen Plattformen zu finden, Facebook, Twitter, Instagram, dann gibt es eine Signal-Gruppe und eine Telegram-Gruppe. Sicherlich alles irgendwie verlinkt in den Shownotes zu dieser Episode oder eben natürlich auf den entsprechenden, auf der Website von der Comic-Community. Also ihr findet's oder ihr findet uns oder irgendwie finden wir uns alle zusammen. Ja, danke dafür. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder in Folge 105 in einem Monat und bis dahin allen eine gute Zeit. Macht's gut. Adieu. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao.